Hallo und herzlich willkommen bei meinem Livestream, wir zocken jetzt Tanoa, Leute, wisst ihr Bescheid? Wir sind jetzt auf Tanoa unterwegs und wir feiern in meinen Geburtstag rein. Gucken, wer hier noch alles mit macht. Oder ob ich schon alleine bin. Gucken, ich muss meine Waffen einstecken. Hier habe ich noch alles. Dodo TV, sei gegrüßt. Marlon, sei gegrüßt. Ah, okay, also hier habe ich meine ganze Kohle. Dodo TV, sei gegrüßt. Turkel, sei gegrüßt. Was für ein PW, was meinst du? Du brauchst den Launcher dafür. So, wir warten mal auf dem Freegamer, dass er mal hier eintrudelt. NaVie, sei gegrüßt. Herzlich willkommen bei der Football Army. Vielen Dank für dein Abo. Dead Cookie Crash. Vielen Dank für dein Abo und herzlich willkommen bei der Football Army. NaVie, zockerteam, sei gegrüßt. Ich habe noch nicht Geburtstag. Wir feiern in meinen Geburtstag rein. Ich habe erst ein 0 Uhr Geburtstag. Bitte jetzt noch nicht gratulieren. Wir feiern gemeinsam rein. Dachte ich mir so, machen wir heute einfach mal. Warum auch nicht, ne? Ich warte eigentlich hier auf dem Freegamer, aber irgendwie ist der noch nicht da. Auf dem muss ich noch warten. Wenn ich auf Eisenschmiede will, muss ich ein Passwort eingeben. Hast du den Launcher, ne? Wenn ich fragen darf. Gamestalk TV, sei gegrüßt. Wenn du den Launcher hier hast, wird es ein bisschen blöd. Aber, ähm, wenn du jetzt bei, ganz normal auf Eisenschmiede drauf willst, musst du ES-Klein machen. ES-Klein. Na, wo bleibt denn der Freegamer? Ich warte doch schon. Irgendwas machen? Kann da nicht. Sorry, dicker. Bin beim, auf dem Posten. Achso, okay, klar. Sorry. Jo, fürgamer, ich warte ja schon auf dich. Jessica XT, sei gegrüßt. Ne, wie gesagt, mit euch gemeinsam reinfeiern und das ist halt cool. Das gefällt mir halt. Mahlzeit. Hallo. Alles gut bei Ihnen? Hören Sie mich? Okay. Daneben nicht. Daneben nicht. ES. Nur ES-Klein geschrieben. Ich bin drei Monate nimmer zu Hause gewesen. Oh mein Gott, das tut mir leid für dich. Hol mal Fahrzeug und komme dann zum Spawn. Ähm, ich bin beim Spawn. Ich warte hier auf dich, bis du eintrudelst. Erst dann leg mal los. Vorher geht hier nüchst. E-E-S-Klein. Das ist das Passwort. Ich hab'n Knopf getasert. Blablabla, hier werden alle getasert. Oh mein Gott, hier geht's ab. Uah. So wie das, ähm, es net mit der Kohle klappt auf Australia. Alles gut. Lass dann irgendwann mal zusammenzocken. Können wir auch gern machen. Wird der gern? Jo, kann ich mir vorstellen. Genau, ES. Kleingeschrieben. So meine Freunde. Wie gesagt, ich warte hier noch auf dem Freegamer und dann läch' ich schon mal los. Entweder, keine Ahnung, ob wir uns überfallen gehen oder ob wir uns auch noch farmen gehen. Mal gucken mal, was wir machen. Irgendwas lassen wir uns schon einfallen. So, gesprächlich sind die Leute ja auch nicht wirklich hier. Ähm, hatte lange kein WLAN mehr und sind umgezogen. Okay, cool. Jetzt hast du wieder WLAN, doch läuft's da. Hinsetzen. Nun setzen wir uns mal kurz hin, warten wir noch im Freegamer. Ähm, ja. Gut. Wollen wir nicht. Taste, ich mein Auto reparieren. Windows-Taste. Mal, schau' wir in die Kuppe rein. Wer ist denn das da, der hier von uns? Warte mal kurz. Ähm. Gängverwaltung? Ja schon. Ja, moin. Ja, bin ich endlich von Rock'n Blue, ne? Na du Sackrate, wie alt wirst du? Also die, äh, darf das anspurt' ich garantiert nicht, mein Freund. Der nennt mich Sackrate, alter Schwede. Ich wär 32, du Sackrate. Zipfel-Klatscher-Sackrate. Zipfel-Klatscher-Sackrate. Mach heut sein Gepäßchen. Hä? Mach heut sein Gepäßchen. Ähm, ich like um 0 Uhr, dann nennt es sich Geburtstags-like. Okay. Okay, komm, wir holen ein Auto, oder? Wo bist du hier, oder? Warte mal, hör mal, hör mal, hör mal, hör mal, hör mal, hör mal, hörst du mich? Ja, ja. Gut, dann los. Ich hab' ein bisschen leise, leise, was du bei mir eingestellt habe. Du alter, Zipfel-Klatscher, komm, Auto holen. Geben wir uns, ähm, wollen wir Überfall, was wollen wir machen? Überfall? Na, können wir eigentlich machen, oder? Ja. So, was ist denn los hier? Ja. Dann halt, altes Haus. Ey, die ist so frech. Ich bin ein junges Küken. Was macht denn das? Im Elpeg Gaming, nennt mich altes Haus, oder alte Sackratte. Aber bei dem will ich, dass es nur Spaß ist. Zipfel-Klatscher, bist ja du. Ey, du Zipfel-Klatscher, hast du meinen Kollegen abgeknallt. Ja, komm, geil. Guck, wie die Bullen hier drauf sind. Da. Acht, Cola, Bier. Zwei Stück. Nein. Halt, Stopp! Ja, Zipfel-Klatscher, das war geil, du Zipfel-Klatschocken. Lauf, Vogels, lauf! Ja. Hast du mal was anderes, oder? Wenn wir auf Tannua zocken. Ja. Hey, das ist offen. Hast du, ähm, Körfisch? Ja, hab ich eingesteckt, ne, ja, ja. Aber das hat sie leider nur zwei Stück. Nee, lassen wir das scheiß Ding, oder? Ja. Komm. Komm, komm ins Wasser, aber dann hat er es wieder. Das ist blöd. Das ist Quatsch. Warte, wenn das Legion ist, müssen wir, ähm, Zeitbombe für 1,5 Millionen kaufen, dann geht das Ding hoch. Halt, Stopp! Es klappt alles so, wie es ist, hier wird nichts verändert. Ob du hier bist, oder nee. Da vorne ist irgendwas los, siehst du das? Äh, ja, das sind die Leute. Sind das Bullen, oder sind das? Ja, das sind Bullen. Nee. Ey, muss ich mal ärgern gehen? Kann mich gar nicht mehr ärgern. Warte, wenn das Legion ist, muss ich auch bauen. Nee, aber die Wischen sind nicht weiter, lässig. Oh, einen wunderschönen guten Tag, die Herren. Ist alles gut hier? So, Jungs, alle, die hier stehen, das ist ein überschöner Fahrt. Ein wunderschöner Tag, Jungs, sehe ich auch so. Da wurde hier Kollege an, du mal an, du mal an, du bist. Frage, warum liegt denn der Bulle am Boden? Oh, hi. Hehehe, hi. Äh, der war gerade ein Auto, der ist nämlich drüber gebräuchten, da bin ich leicht gestolpert und dann noch mal ein Füterknecke. Ach so, so sieht's aus, okay. Alle geisteskrank. Wir haben keine Zeit, ein bisschen weiter für den Tag noch. Komm, wir gehen. Hehehe. Okay, nur... Hehehe. Oh, mein. Wow, wow, ich wurde geschossen, Hilfe! Alter, das sind die Bullen, die erschießen. Okay, komm, wir holen den Wagen. Hau mal, was hast du denn dein Auto? Ein Estruiden-Truck und mit dem Fahrrad. Warte mal, ich hab meinen Geländewagen, mein MB und mein Tempest. Was nehmen wir? Was machen wir? Ach, nimm dein Fahrzeug, erholt dein Fahrzeug raus, komm. Was machen wir? Wir wollten einen Überfaller machen, oder? Dann nehmen wir den Truck. Nico, sei gegrüßt. Dann los. Mit dem Truck, willst du mich verarschen? Hey, das ist schlimm. Ja, aber mit dem Fahrrad auch nicht. Sind wir keine voll ernst mit dem Ding? Ja, aber es sieht aus, dass wir fahren würden. Aha, okay. Tarno oder was? Ja, ja, ja. Okay. Acht Cola, acht Bier. Ja, ich fahre nur hier mit. Hast du gehört? Ich fahre nur hier mit dem Auto aufgetan von dem Wagen. Mach mal los. Dann tanken wir mal. Warte mal. Komm, bitte leiser machen hier, die Fahrzeuge. So. Ja, das ist effektend. Vielen Dank, dass zwölf Leute zuschauen. Dass wir gemeinsam reinfallen. Finde ich cool, Leute. Danke euch. Was wollen wir überhaupt überfallen? Ähm, ich würde sagen, dich. Sag mal, Kupfer oder? Ja, Kupfer, nee. Kupfer, nee. Peinlich. Tobias Schmidt, sei gegrüßt. Hm. Diamant. Jetzt hast du Seven Days to Die. Ja, hab ich. Diamant? Ja, guck mal nach, was war das? Fangen wir mal zu Diamanten. Ja, kannst du machen, Freund. Oder? Warte mal. Ich muss mal kurz anhalten. Also, wir schauen was. Äh. Oder das nehme ich nochmal wahr. Ah, da. Gib Gummi. Los geht's. Halt, stopp. Oh, fahr weiter. Fahr weiter, fahr weiter. Ist er stehen geblieben? Ja. Ja, aber ab. Fahr weg. Kommt er? Ja, fahr weg. Warte, warte. Ja, fahr gegen Baum am besten. Kupfer darf er nicht überfallen, wie es nochmal ist. Ja, ich überfalle keinen Kupfer. Alter Schwede. Ähm. Überfallen wir in unserer Gang, der Krankheit ist mir gerade wieder eingefallen. Ja, Tobias. Ähm. Wir feiern in meinen Geburtstag rein. Also, das hier ist der Verkäufer. Gut, das bringt nichts. Das bringt nichts. Hi, altes Haus. Ja, der ist noch TV. Weil, hier macht man nämlich richtig Kohle. Da machst du, glaube ich, wenn du auf der Hand hast, alleine schon 135.000. Warte, schau mal schnell nach in der Börse. Also Marktpreise. Die geschliffene Diamanten. 3820. Okay. Komma, ähm, 4.2 ist runtergegangen um 10, noch ein wenig was Prozent von 9.000. Ähm, fährst du ja erstmal weg, der ist mittlerweile gecalled werden, warte ich weg. Hä? Ähm, meine ist keine Safe Zone. Verarbeiter ist Safe Zone. Kupferhändler ist Safe Zone. Okay, ist ja auch Quatsch, oder? Was ist Safe Zone? Kupferhändler ist Safe Zone und hier, ähm, Verarbeiter. Ne, Verarbeiter, ne. Ja, Verarbeiter ist auch Safe Zone. Das ist Quatsch, oder? Ja. Verarbeiter ist ganz safe. Na, wurde gerade geschrieben. Das machen wir. Guten Tag. Zockst du mit? Ne, ich wollte gerade als Führer, weil er online will. Achso, dann mach das. Da fahr ich euch hinterher. Wow. Du bist ja richtig nett. Gut, beim Freegamer musst du hinterher fahren. Der baut nur Unfälle. Oh, ne. Ne, gut. Ja? Äh, fast. Da wäre ich eigentlich nicht. Frege, man soll es nicht übertreiben, ne? Ja. Ne, ähm, wer ist denn dort drinnen bei uns? Joshua, bist du das? Ne, Ben. Ach, Ben. Ne, wir fahren gerade meinen Geburtstag rein. Ja, weiß ich. Guck den Stream. Okay. So, warten wir mal was essen. Na, guck, fahren wir mal rum mit der Karre, ist ja bis so, so sinnlos, ne? Mit der Karre werden wir eher gekaut. Aber das Gute, äh, die anderen denken, wir wollen ganz normal arbeiten, während wir in dem Moment kohlen. Ja. Ja, das hier ist so ein, zu sagen, Tarnwagen. Ja, das hat er aber leider nicht. Ein Tarnwagen. Wünscht dir morgen viel Spaß, lass es krachen. Jo, danke Tobias. Diese Strecke hier hasse ich an dieser Stelle, hier wurde ich schon x-mal, ähm, überfallen. Alter, mein Heizgeld entdauernd aus, warte mal kurz. Was ist denn damit los? Neb ich das Teil, ist auch teuer und dann geht es immer wieder aus. Vielleicht läuft es mit Batterie? Ne, es ist doch hier über Akku, weißt du? Ah, leer? Ne, ist nie leer. Meinst du zum Glück, ähm, USB? Mein Turtle Beach P11. Okay. Und ich habe mich geschenkt bekommen, von meiner Tante, weil die, ähm, einen Mann bei der Bundesarmee geheiratet hat. Mhm. Und sie ist selber bei der, ähm, Bundeswehr. Mhm. Und da ich schon öfters in Amerika war, hat sie mir halt öfters mal was mitgebracht, wie zum Beispiel originale amerikanische Oreos oder Erdnussbutter. Und dann geht es dann? Oder wie hier das Headset. Weil da alles billiger ist. Deswegen. Gut, dann fahren wir mal ein bisschen rum jetzt und gucken mal, was wir hier machen können. Mhm. Falls du Waffen brauchst, hier ist der Händler. Ja, alter Zippelklatscher. Komm, wir holen uns ein Eis, oder? Hier gibt es Eis. Nee, fahr, warte, komm, ich brauch kein Eis. Ich muss, wir müssen Kohle machen und kein Eis kaufen. Das, das Creeper-Eis, das Boom-Eis. Bum, 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 b-ee-o, e-o. Sind das hier neben uns, das ist ein Bullenrevier, ja? Ja, das war's. Okay. Wir haben ein bisschen Abwechsel rein, bringen wir Tanua, mal gucken. Ja, und Tanua ist auch schön, finde ich. Impi, du altes Sockel, sei gegrüßt. Oder, wie findest du Tanua? Tanua geht eigentlich, muss ich sagen. Ist schön, ne? Wenn wir uns zum Farmen nutzen können, da geht es ja auch, wirst du? Ja, also links von uns ist das Hefefeld. Ja, das bringt ja eh nichts, da wird eh keiner was machen. Dann, kommt jetzt gleich das Förstergebiet, wo du Holz fällen kannst, willst du da was? Äh, mal schauen können wir, ja klar. Heli, da unten ist ein Heli. Ähm, Robby sei gegrüßt, wo? Ah, da unten, ok. Da siehst du, bei Hefe war einer mit Heli. Der war. Das sind mehrere Helis, aber egal. Echt? Ja. Oh, ich höre es aber auch. Ah ja, zwei Stück. Ja, ja. Und wir für uns einen Golden Resilien. Ja, jetzt holen die uns, oder was? Was kommen die? Nee, die fliegen, nee, die fliegen weg. Jetzt fahren wir mal das Förstergebiet. Bitte gleich australier. Nee, ich bin jetzt Tanoa. Australier ist nur mal so. Nee, australier, das ist halt so ein Ding, weißt du. Da spielt auch keine weiter mehr. Die umkreisen uns, glaube ich. Nee, nee, die fliegen über uns bloß rum. Wir können immer so tun, als wir fahren, weißt du, dann werden sie überfallen, dann knallen wir sie ab. Und was? Na, was gibt's denn hier? Fahrt man in den Gebüsch? Du sollst nicht, du sollst dich nicht, Tom, du sollst weiterfahren. Buschmensch, Kokainfeld? Fahr weiter. Nee, Kokain, nee. Wo hat die Kokainfeld? Komm, mal hinfahren, gucken, aber die haben bessere Waffen als wir. Na, man kann ja mal schauen, ne? Wir Buschmensch, wir stecken uns in Gebüsch. Die werden's hochnehmen, bevor wir überhaupt Hallo sagen können. Du musst mal anschauen, beide Seiten von dem Auto, was fällt dir auf? Na, das sieht nicht so komisch aus. Eine Seite ist angemalt, die andere nicht? Also an der einen Seite ist was anders als auf der anderen. Na, das sehe ich doch. Wie so ein Tonnenfleck oder was? Nee. An dem Auto, an dem links, ist der Spiegel ganz und rechts ist er halb kaputt. Aber guck mal an die Seiten an. Du hast hier auf der Seite, jetzt ist es weg, okay. Das ist Kunst, hier spielst du nicht ab. Nee, ich soll es nicht mehr. Na ja, ich sehe, was du meinst, aber nimmst du jetzt, der ist weg. Ja, der eine Spiegel ist kaputt, ja. Night Vision, dann ist er normal. Es ist wieder normal, genau. Ja. So, hier ist das Kokainfeld links. Ja, aber hier ist ja nichts, kannst du nichts machen. Wir könnten ja Kokain einsammeln, ne? Unsere Polizei schaffen, wir haben uns gerade gefunden oder so. Ein bisschen RP mit ihm machen. Dann sind sie uns eher fest. Wollen wir machen? Hören wir? Wollen wir einfach mal aus Spaß? Komm, sag mal, wofür in den Knast zu kommen. Ach komm, heu jetzt nicht rum, los. Einfach aus Spaß. Zumachen der Auto. Und los geht's. Einfach mal ein bisschen Kokain sammeln. Du weißt, dass ich kein Geld habe, um mir... Egal, ich sammle Drogen und wir schaffen die zur Polizei, los. Wir machen auch nur die Taschen voll. Du weißt, ich habe kein Geld, um mir dann die Rebellen-Lizenz wieder zu kaufen. Warum sollen die das verhaften, wenn wir RP machen mit denen? Na, weil wir hier was Illegales dabei haben. Das ist ja egal, wir geben es ja ab, wir wollen es ja nicht haben. Oder wir verkaufen es einfach, dann machen wir gut Geld. Ne, auf der Straße haben wir es gefunden. Weil der Weed-Verarbeiter, der ist nämlich gleich in der Nähe. Ja, da brauchst du Lizenz erstmal dafür. Echt? Ja, brauchst du Lizenz dafür, oder klar. Hast du Kakaobohnen, ähm, Kakaoverarbeitung? So, wenn meine Tasche voll ist, machen wir zur Polizei. Ha. Hast du? Was habe ich? Äh, Kakaoverarbeiter. Ich habe ja, glaube ich, gar keine Lizenz. Warte mal kurz, ich guck mal kurz nach. Da, ich habe Rebellenausbildung, LKW-Führerschein, Bootschein und Führerschein. Habe ich nicht. Okay, weil hier in der Nähe ist nämlich gleich Kakaobohnen. Also ich habe Führerschein, Rebellenausbildung, LKW-Führerschein, Diamantverarbeitung, Kupferverarbeitung. Okay. Brotoffel hat er, sei gegrüßt. Ich habe keinen Bock dann, von den Bullen in den Knast zu kommen. Du kommst nicht in den Knast. Aber die sind hier richtig aggro, das sag ich dir. Das ist ja egal, lass mich reden einfach. Komm, ins Fahrzeug, komm. Ich habe sieben verarbeitetes Kokain. Ja, nimm mit und ich habe es wohl nicht Zeit. Es ist einfach mal ein bisschen Spaß, weißt du. Ja. Wenn du das rausziehst, wir haben das Fahrzeug nichts drin, wir haben nur die Taschen voll. Ist der Fall, ist egal. Ja. Fahr zu ACAB, los geht's. Wir fahren erst mal da vorne, wo ich dich gefragt habe, ob wir Eis kaufen wollen. Da fahren wir mal hin und schauen mal, ob da ein Polizist ist. Ja, wenn ja, gleich abgeben, die Scheiße, wir brauchen es nicht. Genau. Wir haben es gefunden, die Güseli sei gegrüßt. Er will nicht in den Knast, nee, will er nicht. Jackson, bist du nach Nuller auf Eisenschmiede? Ja, bin ich. Extremgemer sei gegrüßt. Ah, wo muss ich überhaupt hin? Mach geradeaus. Malzahn, ist das für, ist das Mehl für einen Geburtstagkuchen? Ja, ist es, natürlich. Heli, ja, ja. Hallo. Jetzt ist ein Heli, der uns locker überfallen will. Nee, die gehen runter, die gehen alle runter hier. Fahr weiter, fahr weiter, nicht runterfahren, hör auf. Mach doch keinen Scheiß. Und wenn die uns quollen? Ja, dann fährst du weiter, sagst hallo und tschüss. Du weißt doch schon, dass das Auto keine Panzerung hat, glaube ich. Na, jetzt willst du noch erwarten müssen, oder die Kiste, die du hier fährst. Oder hat die Panzerung nicht, ich glaube, die hat sogar keine Panzerung. Die hat gar nicht, hat die. Nee, gar nicht, heißt das Ding. Du musst mal schauen. Ein Schuss, ein Schussdruck ist die explodiert, bumm. So, ab zur Polizei, wenn wir uns verkaufen, äh, wegbringen. Ey, das sind wir schon nett, ne, zur Polizei. Wow! Au! Hab ich jetzt gemacht. Fahrzeug vor uns. Ist ein Bullenauto. Hast du Leben verloren? Bullenauto vor uns. Kann man stehen? Polizei, Polizei. Polizei. Halt mal, halt mal. Halt ich auf. Ja. Kann man ihn irgendwie weiterhören? Ja, wir haben was gefunden und wollen das gerne bei Ihnen abgeben. Was haben sie denn gefunden? Äh, keine Ahnung, du sagst so weißes Pulver. Hab ich auch, hab ich auch. So, wir haben den Bullen legenden Mist und uns Fahrzeug reinhauen bei Ihnen. Geben Sie mal das bitte, hier, ich zeige Ihnen mal meine Polizei, mal gegeben Sie mir das mal bitte in die Hand. Mach ich! Mach ich! Sie haben aber auch was dabei. Natürlich! Ja, genau das gleiche, das gleiche da hab ich gefunden. Weil wir, bei der Polizei, die 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 Polizei. Ja, dann geben Sie es die mal. Ja, dann geben Sie es mehr, Sie wollten ja alles abgeben. Bitteschön! Naja, wir wollen davon eh nix. Weißt du, was brauchen wir hier? Das Verschlag haben wir hier direkt. Ach, Sie schnüffeln das oder was? Ja bitte, ja bitte. Äh, nein. Oh, der zieht das einfach mal hin oder Typ? Ah, du sitzen willst du das reingehauen? Ja, du bist reingehauen? Ja, ja. Ja, ja. Großvater. Da ist reingezogen gerade, der Typ. Er müsste wenigstens mal über die Nase gehen. Weiter. Und was sagen Sie zu unserer Ehrlichkeit? Das ist auf jeden Fall lobenswert. Ja, aber sowas liegt auf der Straße rum, sowas kann man nicht liegen lassen, das geht nicht. Muss man abgeben bei der Polizei, wir werden sehen, sie haben gucken, aber wenn sie gleich hier sind, ist doch in Ordnung. Ja, klar. Haben Sie noch mehr im Auto? Ähm, nein, gar nichts, wenn sie reingucken, wenn sie wollen. Nein, leider nicht. Haben wir das gefunden, das gefunden. Leider nicht, du Exakt! Wo haben Sie das gefunden? Ist aufgeschmackt, ich kann reinschauen. Da vorne auf der Straße lag das. Vielleicht haben Sie ja Glück und da liegt noch mehr. Können Sie kurz den Ausweis von beiden sehen? Natürlich, wo sind sie denn? Warten Sie, kommst her, ja. Bitte, bitte schön. Ey, ich werde wegen Mord gesucht. Nein. Doch. Äh, jetzt bitte auch mal mir, dankeschön. Fuck. Ja, genau. Ich wollte nicht mehr, ich habe den Exakt gesucht. Dürfte ich hier dann auch mal sehen? Renn weg, renn weg, renn weg! Ja, bitte frei. Warum rennst du nicht weg? Sie würden schießen. Danke. Da, jetzt kommt, ich werde gesucht wegen Mord hoffentlich nicht mehr. Oder ich, oder ich. Schöne Nettigkeit, aber verhaftet oder was. Ja gut, dann einmal bitte weiterfahren und danke, dass Sie das abgegeben haben. Große Hilfe. Schönen Tag noch. Danke. Schönen Tag noch. Schöne Weiterfahren. Danke. Danke, danke. Äh, ja gut, okay. Man muss ja nicht unbedingt auf die Fahndungsliste gucken, ne? Ja. Gut. Schönen Tag noch, ACAB und tschüss. Alter, hätten die jetzt geschaut, ne? Ja, machen die Fahndungslein da her. Alter, hätten die jetzt auf die Liste geschaut? Ich stehe nämlich wegen Mord, weil ich habe nämlich einen getötet. Vorhin, weißt du doch noch? Ja, ja, weiß ich noch. Wenn die euch überfallen haben. Alter Schwede. Ich weiß, die kommt gleich hinterher. Bleiben Sie mal an den Stein. Sie sind verhaftet. Ja, weißt du? Ja, genau. Wir haben nochmal auf die Fahndungsliste geschaut. Wir haben gesucht. Hoffentlich wird man nicht auf allen Servern gleichzeitig gesucht. Aber war doch geil gewesen, oder? Wir haben die RP gemacht. Wir haben das Zeug abgegeben, den Mist. Gut, was machen wir jetzt dann? Ich fahr hier mal. Am besten fahren wir mal zurück und verlangen es hinterlohnen. Freue mich. Aber ich kann nicht aussteigen. Ich habe dann meine Waffen daheim. Hast du noch einen Waffenschein? Ähm, nein. Wenn du das holen kannst, ne? Fuck, hab ich auch nicht. Dann lass mal hinterfahren. Traust du einen Lkw? Richtig viel. Sei gegrüßt. Ähm, was hast du für einen Lkw? Komm, wir fahren jetzt zu der Polizei und sagen, wir verlangen hinterlohnen. Ne, wir fahren hinterher erstmal einen Waffenschein holen. Okay. Hast du 10.000 auf der Hand? Ähm, da gibt es noch einen Automat dahinten. Ja, genau. Und da ist auch gleich der Waffenladen nebenan. Na, wo der Eis, wo das Eis-Ziel ist, oder? Mhm. Na ja, los. Genau. Äh, ja gut. Du fährst aber gegen die Wände und alles. Läuft bei dir? Ich glaub, mich haut's raus. Nee, doch nicht. Mach keinen Scheiß. Ja, du weißt, immer mal bei mir kommt's vor. Aber wenn ich direkt mit dem Router verbunden bin und es ist bald, kommt es nicht mehr vor. Na dann nehmen wir erst klar. Jo, danke dir. Jo. Ich brauche auch noch 10.000. Du brauchst ihn. Ja, 10.000. Dann mach dein Auto zu. Bevor jemand kommt erst laut. Aber kannst du nicht mehr sagen, wenn wir jetzt hier eine Waffe einstecken haben? Was ist da? Ja. Also wenn es mir jetzt das Auto klappt, dann zerschieß ich das Auto. So, wo ist es? Komm. Wo willst du laufen? Wo ist denn das? Hier vorne, komm. Na komm. Na komm. Ich sitz im Kofferraum. Wollen wir dich anschnallen? Ich hab nen Führerschein. Schreibt alle um Nuller. Herz und Glückwunsch und Pitbull Army in den Chat, okay? So. Ich muss sagen, ich bin ziemlich weit gekommen, ne? Also so ist es, Anni. Ja. Hier drinnen. Gib mir einen Waffenschein. Gabi. Da sind keine Autos vorbei. Nein. Oder was ist denn? Nein. Oder was ist denn? Nein. Hast du es auch gehört? Habe ich auch gehört, ne? What the fuck? Was war das? Das dachte ich mir gerade nur so gehört. So, lass uns mal hier ein bisschen farmen gehen. Am besten mit dieser Kocher reicht Holzprogramm zu. Und was? Ähm. Keine Ahnung. Kupfer oder hast du mal so? Na was halt mit Geld macht. Kakao würde ich sagen. Verarbeite halt ich. Na du hast die für eine Lizenz hast du, ne? Ja ich hab Kakao. Und was kostet die Lizenz dafür? Äh ich glaub die hat 100 gekostet. Hä ich hab die Garnummer. Wow. Hä warum hab ich die Nummer? Ja? War einer von euch heute morgen dabei, wo wir den Hemd Box geklopft haben? Nein. Verdammt. Dann Peter. Peter, hi. Äh weißt du noch welche Gang wir heute morgen gecallt haben mit dem Hemd Box? Äh Attenrails. Warum? Attenrails? Ja gut. Weil Centa mich gerade fragt wann wir Hemd Box gesprengt haben und so. Ich hab ihnen das gerade erzählt. Und er meint so, ja ich dachte kurze Zeit wir hätten Abstract gecallt und so. Und er hat ja gerade gesagt wir sind zu dumm. Friedgeber fährst du? Äh ich lese nur was. Lass mich. Nur mal auf der Karte. Also Attenrails. In welchen Raum bin ich denn jetzt hier? Keine Ahnung. Frag ich mich auch. Also alle bei uns drin jetzt so? Hm. Mhm. Haha. Okay. Ich wollte nochmal Full Speed mit der Karte. Jetzt wollen sie alle weg. Alle abgehauen. Ähm. Justin sei gegrüßt. Komme an und dann könnt ihr was haben was ihr wollt. Geld. Geld ist gut. Ähm. Adrian sei gegrüßt. Geld. Geld 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 Geld. Money 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 Money. So warte mal. Wir müssen mal gucken gell. Hier kann man so money. Dann lass es mal hier Kakao machen und das Geld teilen wir einfach auf, ist da egal. Aber ich hab die Lizenz halt nicht mehr. Ja dann müssen wir die holen gehen. Und da du das jetzt erst gesagt hast, außerdem sind wir in die falsche Richtung gefahren, fällt mir grad auf. Bin da, Administration, okay. Das heißt, wir sind so, dass du in die falsche Richtung gefahren. Na dann fahr doch mal richtig, da warst du kein Navi oder was? Ich hab kein GPS, nein. In einer halben Stunde hab ich Geburtstag, jawoll! Aber dann ist sogar Server Restart. Leute, ich will keine Falten im Gesicht kriegen. Ach, mein Vater ist 46. Und? Was willst du jetzt damit sagen? Ich hab fast keine Falten im Gesicht. Na du sagst fast, ne? Das wurde fast mal drin. Na, das sind so ein bis zwei Falten. Sieht man. Mehr aber nicht. Also. Ich nehm an die Faltencreme, das kannst du auch wissen, mein Freund. Haben wir schon grad das Thema graue Haare? Was? Haben wir schon grad das Thema graue Haare? Ähm, ich werde 32. Bitte, ich nehm die bitte Faltencreme. Bitte Faltencreme. Bitte Faltencreme. Bitte Faltencreme. Oh, das sind die Polizisten von vorhin. 8 Cola, 8 Bier. Ähm. Extrem Gamer. Mürkel wird ein alter Mann. Nein. Wollen wir nochmal an dem vorbeifahren? Und was hast du davon? Ja, dann schrei mal 8 Cola, 8 Bier mal vorbeifahren. Na, was bringt das nix eigentlich, oder? Knastzeug. Nein, bitte PS4 Gamer sei gegrüßt. Nein, bitte nicht. Ich hab schon drei graue Haare. Okay, das glaub ich dir. Schaffen wir es in einer halben Stunde jetzt noch zu fahren? Ähm, Kakao ja. Wenn wir da sind. Weil Kakao geht schnell, wir müssen. Ähm, den einfach am General Store. Ne. Also am Store, an dem du Essen und Trinken kaufen kannst. Kannst du verkaufen, oder was? Verkaufen. Genau, da verkaufst du die einfach. Ja, brauchen wir keine Lizenz, ist ja Quatsch. Ja, aber du musst die erst verarbeiten. Ne, ich denke die kannst du gleich verkaufen. Willst du mich kaputt machen? Also ich glaub die kann man auch so verkaufen, aber verarbeiten glaub ich eher. Ne, ich glaube Kakao musst du nicht. Im Taschen du einfach, Justin. Weil hier steht nämlich nur Kakaopulver drinnen. Und das macht 3300 pro Stück. Das geht doch. Und der Preis ist nicht gesunken oder nicht gestiegen. Ne, dann los abmarsch. Gib mal Gummi. Gib mal Gummi jetzt hier. Davor ist wieder ein Hayley. Ja, Kakao macht gut, gell? Aber das ist nicht schlecht. Die sind schon verarschen. Da vorne ist ein Hayley, hab ich gesagt. So aus dem Kakao macht gut, gell? Du bist gebüspelt. Pit ruht raus, ja ja. Knüppel aus dem Sack, der wird verpackt. Ja, genau. Knüppel aus dem Sack, die Kwanne wird verpackt, ne? Richtig. Wie vorhin. Und was hättest du vom Skill? Das hat nicht ne Beta. Ja, läuft. Die Sprüche da troffen, naja. Hab ich extra gemacht. Dann fährst du jetzt jeden Baum an, oder? Was machst du gerade? Ich muss hier am Weg suchen. Ey, bevor ich irgendwo ankomme, bin ich tot. René ist ein Grüß. Ja, genau. Nimm doch mal den nächsten Baum mit. Und ja, von unter den Felsen am besten. Willst du mich verarschen? Du hast gesagt, ihr habt die Straße. Die ist noch ein Stück entfernt. Hilfe. Da müssen wir noch ein Stück hinfahren. Was fährst du durch den Busch? Weil da keine Straße mehr war. Da war ne Straße. Ich hab sie noch außen rum. So fahren. Okay, also halbe Stunde haben wir noch Leute. Wisst du Bescheid noch? Schaffen wir locker nach hoch? Ja, genau. Nimm ihn mit. Hab ich überhaupt angeschnallt? Nein! Anknallen! Oh! Ich bin zu Glück angeschnallt worden. Hier müsste die Straße sein. Ähm, Pace Fear Gamer. Das schreibe ich nie wieder. Sag ich nie wieder. Du kannst gut fahren. Von Fährte gehen. Wenn Fear Gamer in 5 Jahren bei seinem Führerschein so fährt, kann er ihn erst mit 30 nochmal machen. Ja. Ja. Das stimmt. Ich hab schon mehr graue Haare rausgerissen. Zipfelklatscher. Ja. Ja, der ist hoch. War geil. Das hast du ja gehört. Ich hab zu Bullen geschriegt. Ey, du Zipfelklatscher. Warum hast du meinen Kollegen wieder geballert? Das kam ruhig edel. Und der hat mich einfach mal 3-4 mal getastert hintereinander. Was hab ich denn gekriegt? Ich bin getötet worden. Ja. Leider schuld. Äh! Boah. Ey, bei dir ist Horrorfahrt vom Feinsten, oder? Geisterbahn. Also in der Innenperspektive möchtest du nicht fahren. Pass mal auf, wie's jetzt abgeht hier. Auf geht's, ab geht's. Boom. Und gegen Baum, oder was? Oder Schült? Ja, nicht nix mehr. Mach doch keinen Scheiß! Die Brücke. Wow! Und Vollbremsung. Ich muss ja auf die Fahrzeuge schauen. Okay, hier vorne ist es schon. Die Plantage. Äh, das ist die Plantage? Das sieht aus wie eine Plamage. Äh, hier Plamage, ja. Das hier. Oh, wow. Warum hast du alles kaputt? Okay, mach alles kaputt. So, dann los geht's. Komm, aussteigen und das Fahrzeug. Komm, aussteigen und das Fahrzeug. Los geht's. Arbeiten. Genau. Alter, ich häng in der Pflanze drin. Du hast Schlüssel, oder? Niemals. Ähm, wie sagst du den Mist? Äh, achso. Ich weiß warum. Ich geh noch mal ins Auto rein. Warum? Weil wir noch ein Stück weiter fahren müssen. Und so fahren. Sag mal, willst du irgendwie gissen oder rollen noch? Lass die Pflanzen stellen. Hier oben. Nein. Boing, boing, boing. Ja, gut. Hier. Okay, dann raus. Oder? Oder? Warte, warte, warte. Jetzt. Okay. Hier. Jetzt nochmal da. Jetzt muss es gehen. Wenig. Komm raus. Ja, ja. Bin draußen. Ah. Bin auf solchen Brücken mit der Sportlimmer mit 2 und 8 Schlanken raus. Boah. Ja, schlecht. Boah. Boah. Bei manchen kann man nämlich nur genau am Punkt, ähm, farmen. Das ist aber nicht blöd. Das ist ja auch gut, ne? Alles umfahren. Händlosen Überfall ist ein Überfall ist ein Überfall ist ein Überfall. Auf den Boden legen. Warte, nimm. Händlosen Überfall ist ein Überfall. Händlosen Überfall ist ein Überfall. Das ist also ein Überfall. Der Spruch war so geil. Auf einmal zum Bulle du. Ich zone und du. Was hast du gedacht? Julian Wayne sei gegrüßt ich würde auf altes anfangen wenn ich neu wäre da gibt es eine zone wo man nicht ausgeraubt werden darf wir sind ja nie neu wir sind ja schon erschrocken also die stadt die hauptstadt da müssen wir gleich rein wir können glaube ich auch einen anderen weg nehmen warte ich muss mal einladen mach das ich glaube aber wir finden auch einen anderen immer ein wenig stück weg siehst aus komm ich nur mal rein jetzt nein weiter jetzt ich kann nämlich nur neun mitnehmen aber neun stücke machen schon 45 platz aber über die brücke drüber gerast und auch kai kommt morgen trotzdem meines trübens wirst du nicht kann ich sagen kann es leider nicht zocken vielleicht später noch gettler lasst kraftwagen fahrer mip mip ja genau lasst kraftwagen fahrer äh äh dass mir dann da die ganze Rundfüste umfährt ne ah den Film muss ich mal wieder schauen tu das ey geh weg da du Zipfelklatscher geh weg da drin aber beide Teile muss ich wieder schauen das ist ein Überfallhände hoch Auto ist voll wir müssen weg du Zipfelklatscher ciao warte warte zieh die Waffe nein was machst du bescheuze ne ich war gar nicht bei dir gewesen doch nein du hast mich mitgestriffen ich war nicht bei dir gewesen guck mal im stream du siehst euch nicht bei der woche hä bei mir bei mir hast du mich gestriffen egal alles meins du alter Zipfelklatscher warte sag mal du weiter mach das Auto voll ich versuch mal ähm medic zu rufen das Auto ist voll schon echt ja nein warte ich warte 20 Sekunden dann rufe ich medic Kofferraum ist voll ne musst du schauen ich kann ja jetzt nur mal schauen schau mal ob Kassik noch oft Herr Noah ist Klassik warte mal ja toll jetzt wollte ich auf mein Handy zugreifen und beim Stream zu schauen es ist leer warte ich guck mal was nach warte ey Klassik Klassik jo Klassik sind da eins zwei drei vier vier stück davon bisschen gefährlich bisschen gefährlich bisschen gefährlich ja wegen meine Oma hat auch morgen Geburtstag und mein Papa hat morgen Geburtstag Montag Geburtstag ok Hupfraber Einsatz Hup Hup also ich hab mal eine Feuerwehr gerufen kam aber hat einer angenommen hat angenommen ist aber ist aber noch in einem Einsatz ok soll ich da ja warten auf dich oder wie ja oder du kannst meinetwegen schon verkaufen hol ich mich dann ab warte mal jetzt musst du ein was muss ich noch machen bevor du hier ähm zugrunde gehst warte ein was muss ich machen er kommt er kommt oooh 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 ich seh nix es ist alles schwarz sei froh oooh Leichenschänder ne mach ich grad nicht ich mach was ganz anderes oooh oooh du feißt mir wahrscheinlich ins Gesicht so das wars hat ein Feuer hatten hatten die was hatten die Feuer überfallen sind sauer auf uns oooh 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 nicht schön gut dann fahr ich mal in die Stadt rein du kannst schon mal verkaufen du musst jetzt erst zum Verarbeiter na kann ich ja nicht machen verarbeiten doch musst du Ohne Kohle geht das nicht? Ohne Verarbeitungslizenz. Ja, aber da müsste in der Nähe ein ATM sein. Such einfach mal Kakaoverarbeitung. Warte, such gerade Goldbahn. Ist jedenfalls in der Nähe, das weiß ich. Kokain fällt? Es gibt Zweckkauplantagen oder was? Ja, hier gibt es zwei Stücke. Bananenfeld. Bananenfeld und und und. Irgendwo Kakaoverarbeitung. Wied, Helmut Schmidt, das bist du. Ja, der mich umgekehrt. Äh, warum liegst du dort ganz unten jetzt und nicht mehr dort oben, wo ich bin? Ja, weil das die Todesinsel ist. Und bei Altes ist sie ja ganz oben. Tierschlachter, was will ich damit? Du musst jetzt nicht verarbeiten, kannst auch so verkaufen. Gedanke dir. Siehste, Freegamer, du lügst. Du bist ein Lügner bist du. Musst du mal ausprobieren. Ich werde dich killen, Freegamer. Bei mir. Ich konnte nämlich, wie ich es mal probiert habe, nur verarbeitet verkaufen. Dann warte auf mich. Dann warte auf mich. Dann warte auf mich. Dann warte auf mich, wenn ich noch fünf Kilometer vor. Schorchtauun. Ich finde Schorchtauun ist hier. Bist du Schorchtauun? Schorchtauun, ja. Da darfst du nicht hin. Wieso? Ach, wie soll ruhig, fahr da jetzt hin. Warte auf mich. Na, wie lange soll ich da warten? Gar keine Zeit. Ich dachte, er ist doch gleich da. Wie spät? Müsst du dich bitte beeilen. Wie spät? Hm? Keine Ahnung. Rechts unten hast du doch eine Uhr. Äh, ich erkenne die Uhr nicht. Nimm deinen Namen nochmal. Dann halt mal O gedrückt. Machst O? Ja. Hast du eine Ingame-Uhr, die dir die Ingame-Zeit anzeigt? Was bringt mir die Ingame-Zeit an? Bringt mir nicht viel. Und K? Ist Kompass. Das will ich schon. O wie Ohr, ne? Komm, beweg dich jetzt mal. Los! Medic ist gleich da. Du sagst die ganze Zeit auch gleich da. Steh'n dir? Er hat noch 2000 Meter. Hab die Milch schon bereitgestellt. Jo, mach das. Kann ich gleich Kakao vorbeibringen? Noch 1,5. Pit mach Überfall an Freegamer. Ja, mach ich. Ey. Aber Leute. Mal bitte in die Kommentare schreiben. Hab ich Freegamer erwischt mit dem Fahrzeug oder nie? Den kann ich nicht ausrauben. Da liegt der Boden. Der ist tot. Wie so eine Flunder. Weil bei mir hast du mich nämlich gestriffen. Ich hab dich nicht erwischt. Nein. Aber irgendwie sagt er bei ihm so aus. Aber irgendwie sagt er bei ihm so aus. Ja, der kommt. Ja, der kommt. Den schicke ich weg, okay? Nee. Ach so, ich will ihn wegschicken. Mach dich vor du konnte. Ich muss nur machen, indem du einmal in die Luft schießt. Ich will es. Dann haut er eh ab. Ja. Weil das ist schon ein Zeichen, dass er nicht wiederbelebt werden soll. Am besten mit Leuchtschiff. Matic! Matic! Hier ist der Vogel am Boden! Aber bevor du gehst, bevor du wiederbelebt wirst, kriegst du noch was Schönes von mir. Wenn du dann noch lebst, stell dich dann mal vor mich. Ruhe jetzt ab. Ach, shame. Ich wisch nur gerade mein Popo ab. So, Matic kommt. Ja, mit mir wahrscheinlich. Ja, logisch. Welchen soll ich denn sonst nehmen? Da hängen Blätter. Herr Matic, hier! Hier, Herr Matic! Ja, hier liegt das Ding. Okay, ist der denn gegen den Baum gelaufen? Ich hab keine Ahnung, was mir denn noch besoffen bestimmt oder so. Ich weiß es nicht. Der sölft den ganzen Tag nur. Und dein Auto gefahren, nicht wahr? Ja, richtig. Ja, richtig. Ach, das kann nicht sein sowas, ey. Ey, ich hör sie nicht. Das ist gemein. Am besten sie rufen die Polizei gleich mit. Nein, nein. Ich bin nicht so. Nicht so frech, ne? Ich bin froh, dass ihr Kollege einen stabilen Kreislauf noch hat. Also halb die X. Na, aber vorsicht. Bitte das Gesicht nicht anfassen. Da hab ich mal kurz reingewindert. Äh, äh. Alter, 15.000 Gebühr. Legen sie sich hin. Legen sie sich hin. Da, auf den Bohren. Legen sie sich hin. Riesen sie die Alkoholfahne. Uah! Du wirst mitgenommen, wo ich geh immer. Ja. So, daher legen sie sich doch mal hier raus. Wenn sie nicht auf dem kalten Boden liegen. Ja, hoffentlich. Du musst mitfahren, was denkt dran. Hoffentlich nicht. Toll. Sind sie gegen den Baum gelaufen? Ja, bis offen. Ne, ne. Ihr habt mich bestrittet. Mein Kollege, Kollege. Ich will jetzt vernünscht. Naja, aber wir werden ja schon mal reingeworfen. Ja, Fricka. Ich muss losfahren, ne. Warte auf mich. Wir haben ja 5 Stunden. Es reicht noch zu. Wenn du dich mitnehmen soll. Wenn du dich mitnehmen soll. Dann haben wir da rausgekommen. Ja. Was ich? Dann haben wir mal Probleme mit, wenn du dich jetzt mitnehmen soll. Frau, ob du mitnehmen musst oder ne? Muss ich mit? Muss ich mit? Muss ich mit? Wie wollen sie denn mitkommen? Ne, du wirst nicht mit. Ich hoffe, da kann ich sie mir so einfach mit transportieren. Juhu. 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 Du musst dich hin, wo ich hin kann. Das ist das Negative. Das ist das Negative, aber sie bräuchte nur so ne neue Leber. So, sie müssen gesaufen. Der braucht sich. Schade, braucht der. Hast du gehört? Ne neue Leber brauche ich. Wegen meinem Alkohol. Der ist schon jedenfalls wieder am Schlaf. Schade, braucht der aber auch. Weil es ist ganz, ganz gefährlich, was der macht. Den ganzen Tag nur saufen. Nix essen oder so. Drogen nimmt er ja auch noch. Und dann rennt er hier gegen die Pflanze. Also so blöd kann man nicht sein. Der hat schon nie erlebt, ne? Das ist mein Auto. Das ist mein Auto. So, lügst du hier mal in die rum? Hast du Hallus oder was? Meiner. Meiner. Warte ich. Warte ich zeig sie ihn hier. Ich kann das Auto auf ihn zuschließen. Ja, ja. Wenn du Schlüssel hast. Wenn du Schlüssel hast. Also ist es meiner. Gucken sie mal. Ich auch. Ja, gucken sie mal was ich kann. Ich seh mal das schöne Truck hier ab. Schreien sie mal aus. Nein! Ich hab's schlimm. 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 Juhu. Juhu. So, jetzt was? Ja, ja. So, schließen sie das Ding mal ab. Ja. 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 Hier ist ein Mark. Der Fahrstuhl hin. Komm, ihr wegschmeißer. Wir müssen. Mach Platz. Nee, geh rüber. Rutsch rüber. Komm. Nee, du. Ich fahr das Ding los. Ich muss dir ja zeigen, wo du hin musst. Ich weiß, wo ich hin muss. Komm, fahr los. Hast du wo rausgesucht? Rein. Nein. Mann, Mann, Mann. Was bist du denn da für einer? Ein ganzes Dorn nur Sau. Oh, überall die Pflanzen. Geh die mir auf den Sack. Jetzt zeig ich mal, wie ein Profi fährt. Und nie wie du. Bei dir wird's ja nie ankommen. Äh, äh, Wald. Ich hasse Wald. Aber wenn man das nicht verarbeiten muss, dann fährt es jetzt immer geradeaus. Mach ich doch. Ich hab... Ich hab doch schon das markiert. Aber ein bisschen nach links fahren ist ein wenig besser. Ey, ich fahr durch den Wald, du Kasper. Doch nicht? Nein. Ich wollt Buschmöndler spielen. Ja, Buschmöndler. Ich will ja durch. Gar noch 10 Minuten. Das müssen wir schaffen. Na locker. Mit meiner Fahrstie auf jeden Fall. Ja, überall hängen bleiben, ne? Aber wär doch cool, wenn wir... Ja, wir müssen ein großes Fahrzeug dann holen, ne? Alter, was denn das? Achso. Das wär ein Bunker. Äh, ja gut. Was macht das hier? Nein! Aua! Bestimmt zum Drogenlager. Wer lebt den ganzen Scheiße aus? Mach! Ich komm nicht wahr! Nein! Du Alkoholiker! Klappe! Du trinkst sie! Ich bin besoffen, ist logisch! Das schaffen wir locker in der Zeit... Aber der Busch ist viel zu groß! Was? Woaa! Rutsch rüber! Ich fahre! Ähm, ja gut! Kannst du gern machen! Kein Bock mehr! Ich hab ab! Ab! Achtung! Warte! Komm rein! Okay, dann gehört halt mir das ganze Geld! Warte! 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 Bleib stehen! Mir gehört halt mir das ganze Geld! Freegamer! Äh, du kleine Ratte! So, eine kleine Ratte! Nein, ich hänge fest! Ich so! So! Bleib jetzt stehen! Komm rein! Aufgesperrt! Au, danke! Nein! Nein, Freegamer! Das war genau das gleiche wie bei mir! Du hast mich auch komplett berührt jetzt so! Aber genauso war es bei mir auch! Warte, ich nehme deine Koffer! Ah, Freegamer! Der wird nicht mehr kommen, glaub ich, ne? Ich hab deine Sachen aber... Oh! Inventars voll! Mist! In der kurzen Zeit kommt der Medic nicht mehr! Hm... Hm... Schreib dir mal bitte an, Freegamer! Äh... Shit, ey! Ich glaub, hier kommt der eh nicht hin! Nee! Ist Schluss? Zack! Okay, ging raus! Leider kann ich dein letztes Paket hier nicht mehr aufnehmen, dafür hab ich keinen Platz mehr! Leider weiß ich auch nicht, was das ist! Das ist natürlich richtig scheiße gerade! Das ist richtig scheiße gerade! Du musst den Medic reinweisen! Weil du ja wegfahren musst, du Held! Ah! Ah! Kummerkeule wurde von Polizei! Ja! Ich glaub nie, dass der noch kommt! Ja! Ich glaub nicht, dass der noch kommt! Ja! 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 Aber zu schnell! Aber genauso war es bei mir auch irgendwie gestriffen! Und dann war ich tot! Das ist so ein blöder Bug in diesem Auto! Das ist so was, was mich an dem Auto nervt! Ja! Dann fahren wir die Kiste halt nie wieder! Ach! Ich weiß wo du bist! Soll ich dich abholen? Als Leiche? Ha! 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 Da soll ich schnell verkaufen fahren! Geh verkaufen! Geh verkaufen! Geh verkaufen! Mir bringt das Geld wieder rein, glaub mir! Ja nicht zu töten, du Arsch! Hier machst du richtig Kohle ohne Ende, glaub mir! Bei Kokosnuss macht man nicht schlecht Geld! Das mach ich gern! Ähm, Kakao meine ich! Da macht man echt gut Geld! Ja, sonst musst du es verkaufen! Los, bald ist! Ja! Ich bin jetzt auf der Hauptstraße, der ich jetzt erfolgen muss! Mhm! Aber bald bin ich da! Falls du auf deine Karte zugreifen kannst! Ich bin kurz vor der Kokosnuss-Plantage! Ähm, ich kann auf nichts zu... Ah, das angenommen! Ah, okay! Bitte komm schnell her! Der kann dich vielleicht noch wiederbeleben! Aber dann ist es restart! Das heißt, sobald du wiederbelebt bist! Hey, empfehle ich dir sofort das Spiel äh, zu speichern! Der muss erst mal ankommen! Da hat noch 6.300, 50 Meter und bewegt sich keinen Meter! Meine Frasse! Weil sonst ist nämlich alles weg! Fünf Minuten, es wird knapp! Es wird richtig knapp! Ja! Naja, wenn du aufstehst, würde ich an deiner Stelle sofort das Spiel speichern, weil es sonst sein kann, dass ähm, dass du dann... Das könnte ziemlich knapp werden! Wenn du mich wiederholen willst! Wieso hast du dich ausgelockt? Ah, Freegame hat die Verbindung verloren! Na, ich bin dann mal weg! Lass dich schön feiern und auch gut beschenken! Da ja ich heute einen harten Tag hatte, will ich einfach nur noch schlafen! Ja, mein guter! Schlaf gut! Schön, dass du da warst! Schlaf, dann kommt der irre hoch! Oh schau, der kelt sich sehr hoch .. Vier Minuten! Uau wau wau wau! Komm, 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 komm! Jah, nee, danke sehr! Schon so v сопrotten wenn ihr es vielleicht privat steht? Winfgrill! Das wird knapp, Leute. Ich hoffe, der findet mich schon gleich. Heli ist da. Minimi sei gegrüßt. Ja, du ist Freegamer. Ich bin in seinen Wagen reingeknallt und weg war's. Gut, der ist da, aber ich hoffe, der kann doch landen gleich. Ich denke schon, dass er es schafft, doch. Ja, kannst du machen, klar. Wir sind auf Eisenschmied, Herr Noah. Oh oh, komm, 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 komm. Oh, zwei Minuten noch, Leute. Komm. Lauf, Vogels, lauf. Ich möchte leben. Ja, ich kann das schaffen. Warte mal kurz, was machen wir denn los? Wir haben ein Time-Out bekommen. Ja. Das heißt, die Furfe ist zwar im Eimer. Ja. Aber, wir können von neu anfangen. Und sie sind da auch eigentlich auf dem Atom nicht. Oh, Tafel HD. Wir sind hier bei Eisenschmied auf dem TS. Wieso geh ich jetzt auf den Server? Oh, der Medic ist da. Der Medic ist da, Leute. Geil. Ja. Ich speichere es sofort ab, wenn ich auch komme. Genau, sofort abspeichern. Wieso geh ich auf den Server? Wenn der jetzt neu startet. Keine Ahnung, wo du drauf gehst. Komm, 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 komm. Also sofort hoch gehst, sofort auf Speichern klicken. Dann hast du es geschafft. Hab ich. Dann hast du es geschafft. Oh, danke dir. Du bist meine große Rettung. Bitte. Alter Schwede. Rettung in letzter Minute. Ja. Oh, wir haben nochmal Glück gehabt. Oh, danke dir. So. Oh ja, jetzt startet der neu. Boah, auf Malden fällt mir gerade auf, ist da nichts los. Danke schön, Leute. Vielen Dank dafür. Es ist schon so weit. Ah, alles Gute. Danke schön. Jetzt erst 10 Sekunden. So, machen wir uns die Kamera aus. Ich kurz zu meiner Frau. Es gilt meine freie Milch. Ich bin gleich noch da, Leute. Wie gesagt, vielen Dank dafür. Ah, ich bin gleich noch da, Leute. Danke, 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 danke. Alles Gute. Danke schön, Mäzie. Hm. Alles Gute Dankeschön meine Tochter alles alles Gute Schade dass ich gerade nicht dabei bin sonst hätte ich ein Magazin in die Luft geschossen. Yo SilentHonor sei gegrüßt alter Schwede wie gesagt vielen dank dass ihr da seid leute das freut mich du ein schwein alter richtig danke dir schönes Geburtstagsgeschenk hast du mir gemacht du musst doch gar nicht rennen oder 200 Meter da habe ich ja gesagt freegamer ist da besoffen wirst du da müssen wir noch mal üben mit dem freegamer mit dem hier fahren und sowas ja ich bin ein bisschen zufrieden ich bin ein bisschen zufrieden ja ich bin ein bisschen zufrieden Yo Chainsaw gegrüßt äh verbindung zum host abgebrochen ja mach doch mal weg Hallo geht doch mal weg mein Geburtstagsgeschenk verbindung zum host abgebrochen jawoll Alter ich geh weg hier geht nicht weg Brudi geh mal altes ne altes geh ich jetzt ne du bist super bei mir du bist super bei mir gut ich bin einmal kurz so zack und jetzt gehen wir wieder neu drauf du 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 ich hab auch eins für dich aber später so was machst du jetzt so was machst du jetzt machst du jetzt hier wieder Medico oder was machst du aber wir sehen wir gleich je boch offen ok ich bin ja 24h wach na wow wie geh mal da machst du weiter mit ne oh ja noch ein wenig weil morgen muss ich nämlich auch noch ausgeschlafen sein aber da kann ich ruhig noch ein wenig zocken weil ich geh nämlich morgen in die Therme in die Therme also heute ok cool ich wär mal kurz drin mit mir und hier was denn nix oh mein Gott warte nur ab gleich fahr ich dich wieder um ne fahrs mich nie um ähm alles Gute Pit danke dir ey Pit ich wünsche dir alles und denk dich Gute zum Geburtstag und alles gut zum gewähren und ein schönes wendreich Lebensjahr und viel viel Gesundheit danke dir die Gesundheit kann ich sehr gut gebrauchen danke so und jetzt wenn du fährst mein Freund ne vorher bitte kein Alkohol getrinken so und jetzt kann ich was anderes reinschreiben wir feiern in mein Geburtstag rein jetzt kann ich reinschreiben das ist ein Geburtstag stream ne ja das ist ein Geburtstag ja toll so jetzt passt es doch Leute oder Geburtstag stream ähm aber find ich cool dass so viele Leute da sind und an mich gedacht haben jawoll achso also Gute zum Geburtstag jo danke dir Schau Pit muss auf dem Posten meine Schicht fängt an jo bis später schön dass du da warst ähm Minimi vielen Dank ähm Protoffel fragt gerade auf welchem Channel wir sind da kommt der glaub mal gar nie rein ne er kann im Wartebereich gehen jo da gehen wir bitte bei Shadow hier auf Eisenschmiede im Wartebereich rein Protoffel und da können wir uns dann treffen ja wir können der Peter fragen den kurz vor ich muss Tochter zu lieben ich auch mach ich immer ok dann machen wir jetzt weiter mal gucken wie es abläuft so jetzt erst mal auf meinen 32 jährigen Geburtstag erst mal eine rauchen warte oder machst du mal die Musik im Hintergrund an mal gucken ich mach mal die Musik an kommt ich bin dabei wartet warte maus will die Musik im Hintergrund laufen lassen so wo haben wir die scheiß Möcke so 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 was Donuts Donuts ja wieso so jetzt machen wir ein bisschen Musik im Hintergrund an so ein bisschen was hören hier jetzt muss es abgehen dann dann bitte doch schnell im Bett zu liegen schulfrei vielleicht hat er geschlafen ist aber wieder aufgestanden das ist eine sie das ist eine sie meine Tochter ach so Anja hat ja in den Kommentaren geschrieben was hat sie vielleicht schon geschlagen ja danke ist kurz vorher aufgestanden sie guckt gerade zu 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 sie guckt den Stream auch der Anja ok jo Anja sei gegrüßt lecker Donuts zwei Mal Däuer dann krieg ich was Hunger ich hab nen Kuchen geschickt hehehe ähm Freika geh mal bitte in den Stream rein bis da gerade drin hört mal Musik ja man hört noch man hört Musik das ist gut so dann treffen wir uns Schurzstauen wieder ja wenn wir da vielleicht noch ein bisschen ein bisschen nachladen geht klar ich hab ein bisschen Musik reingemacht dass wir ein bisschen Partystimmung haben müssen Alter Alter ich überlege das ist ein alter Mann ne hahaha mit meinen 2 und 3 Schau ey oh mein Gott ey Alter ich hab hier nen Pick von 800 und 5 soll ich da schießen Fullgamer Deine Waffe hast du eigentlich noch? Hä? Das ist so Fullgamer wo geh geh mal? Ja Träppern im Mund wow ja die Connection last ja dann kommst du hier am besten mein Vater ist 40 ok am besten georgetown da treffen wir uns jetzt irgendwie es läuft so langsam wenn ihr mit spielen wollt kommt am besten auf Eisenschmiede Tannoa sind wir jetzt unterwegs und kommt nach Schotschtau unter Treffen bei uns am besten mach bitte hier Party bei der Polizei oder so keine Ahnung mal gucken macht Medica cool ich komm da gerne hier als bist du noch echt jung also im Gegensatz zu meinen Vater naja ich fühl mich auch jung man sieht es ja auch wie ich aussehe und alles ne also hast du Xbox One? nein hab ich nicht ich hab ne Xbox 360 zippte klatschern ja genau so in die anders ne und wie gesagt Link ist alle dir genauso vielen Dank und sei gegrüßt bei mir bei mir ich bin wie geht bei mir in 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 Na, mehr kommt jetzt noch. Fuhig, Gamer? Ja. Bist du da ausgetimt, ja? Ja, aber jetzt habe ich meinen WLAN-Verstärker wieder aufgebaut. Ja. Und das heißt, jetzt habe ich gleich wieder sehr schnelles Internet. Na, kannst du nicht eigentlich hier ein Kabel einfach ziehen? Von dir oben nach unten? Äh, du lagst gerade bei mir. Würde gerne mitzocken, aber bin an meinem zweiten PC. Und da habe ich 15 FPS, also der ist für CSGO und MC und so weiter. Achso, okay, glaube ich, kein Problem. Kannst du das nochmal wiederholen, du hast mich gerade bei mir geleckt? Ich habe gefragt, ob du kein Kabel legen kannst, ein LAN-Kabel von dir oben nach unten. Achso, unser Router steht im ersten Stock, ähm, Erdgeschoss. Okay. Ich bin oben im zweiten Stock, also zwei Stockwerke. Gut, okay, dann ist es ein bisschen unmachbar. Und mein... Dann Bodenloch in die Decke. Und mein Zimmer ist ja eigentlich schon das Dachboden. Ich sage gerade, Bodenloch in die Decken. Ja. Ja, das heißt, ähm, natürlich ist ja nun mal der Boden extra verstärkt, aber wir wollen ein Loch in den Keller bohren, im Keller hinter zum alten Kaminschacht. Durch den Kaminschacht nach oben, von oben aus der Dachspitze, dann ins Zimmer rein. Okay. Und oben ist der Winzer. Naja. Kommst du nach Schurzstauen jetzt, so? Ja, warte. Ich muss erst mal schauen. Ich habe überlebe, gehen zur Polizei, machen doch ein bisschen Party. Ja, warte. Niemals werden die nicht mehr an, die werden mich töten. Aber wäre gut. Die werden mich in Knast sperren. So, jetzt müsste ich sehr schnelles Internet... Ähm, Adrian, Fortnite habe ich nicht. Das habe ich nicht. Ja, ich muss erst die Dateien runterladen. Was wollen wir dann für ein Fazit nehmen? Wieder den gleichen, der Verpackt, wenn du dagegen rennst. Hallo. Hallo. Wollen wir nochmal den Waffen nehmen, oder lieber den anderen dann? Rattungsdienst. Ja, nee, nee, andere Wurzsagen. Wollen wir dann wieder Kakao machen? Lass uns wirklich ins Polizeirekoreform. Er darfst du nicht wahlen. Wirst verhaftet. Bei manchen hier. Das wär mal sehen. Weil auch, ähm, Panja. Das sind ja nicht solche richtigen Akku... Wie lange machst du heute? Geh dann vielleicht noch zu meiner WG und komme an... Mal schauen, kann ich dir nicht sagen, wie lange ich mache. So. Nur 60 Megawatt müssen wir runterladen. Da, da hupte einfach rein, Ben, ne? Boah, wie nicht das mehr? Einfach ins Wasser rein gechammt, der Typ. Ich weiß, was hältst du davon? Ja. Wenn du, im Spiel, die Gesunstdateien runterlädst, und der dann meistens, die 99,9% der Fälle durchspielt, sich einfach aufhängt. Kenn ich. Und dann? Du das wieder von neu empfangen musst. Ähm, PS4-Gamer, den brauche ich, die ich da nicht gebürzt habe, der weiß, wer hat ich Gebürztag gehabt. Hast du irgendwas verloren oder so? Eisenschmiede, ich glaube schon. Nee, warum? Ich? Weil du am Boden umgekochen bist. Also, ich habe deine Schatten aufgenommen. Alles gut, jetzt habe ich mir vorgelegt. Also, du hattest ja eh nur ein was dabei. Ähm, Fuhiggeber, hast du deine Waffe noch? Nö, die ist schwieg. Aufgestanden. Wer? Später. Später. Das ist mir keine Ahnung. Die hat den Z-Golm-Achtes dann. Ja, das kann ich so rein. Das heißt, mir keine Ahnung. Was mich bewundert hat, sie hat mich behalten, sondern dann meine Waffe weg. Okay. War nicht so prickelnd. Naja, aber ist dir aufgefallen, wenn du aus Australien geflogen bist, kein Mette konnte dich wiederbeleben. Na gut, die Bänder kamen halt gleich angefahren, ganz schnell geflogen. Ja, oder? Immer so. Und, aber auf die anderen Zoran können sie dich immer wiederbeleben. Das war ja Rettung in letzter Minute, weißt du. Auch aus Australien liegt es wahrscheinlich an dem Ace-Match. Hier, Brotoffel, kommst du jetzt auch drauf? Ja, ich hab keine Ahnung, meine CPU ist sauer bei 100%. Warum das? Ich hab keine Ahnung. Lädst du irgendwas runter oder so? Nö, gar nichts. MTS und AMA 3 auf MTS-Belante. Okay. Dann mach mal, ähm, Fastmanager halt öffnen. Fastmanager. Dann auf mehr Details und dann klickst du mal bei CPU drauf. Dann wird mir nicht das, was am meisten verbraucht, ganz oben hingesetzt. Und dann siehst du, was es ist. Frigga, wo bleibst du? Ich bin gleich da. Okay. Ich bin gleich da, und ich hab gerade drei gespielt. Okay. Ich weiß ja, was am meisten ist. Okay. Wie muss ich gerade für so diese 7.4 Audio-Gerate, keine Ahnung, ist bei 92x3. Ey, laut? Launscher. Hier, Frigga, wie machen wir das mit Musik im Spiel abspielen, geht das? also quatsch gibt sie ja ja also weil ich wusste er hat jede teile hören sie mich Lauf Launcher ist es, wir sind so fein schon runtergeladen, aber hier liegt die erste Höhe runter. Da muss irgendwas im Hintergrund bei dir laufen. Ich hab ja Windows-Grafie so eine Saison für Audi-Geräte, hatte eben gerade 92% Ok Aber du hast keine Ahnung was es ist Von Bands einfach Ja, Audi-Geräte hab ich keinen Bock, das kann fast nicht funktionieren Kannst du vielleicht mal auf Photolife, ist da auch ein Mathe-Server spielen? Müssen wir mal gucken Was hast du denn für einen Betrieb gefunden? Kenn ich nicht, Minimi Wo musst du sehen? Wo, wo? Wo bleibt denn der Sarma? Ich wollte es sehen, wenn mein Licht funktionieren würde Doch, jetzt komm Hast du vor 20 Minuten schon mal gesagt, wo bist du? Weil das hört sich nämlich nicht wie ein unlos eigenes Tool an Ein Fun-Modde-Server Fun-Modde-Server Ja, gut Am besten Minimi, am besten mich bei Facebook mal anschreiben Wenn du die Facebook hast Und dann guckst du mir das mal an Ich warte doch schon hier, hier kommt doch nichts Jetzt bin ich da Jetzt bin ich da, bis ich geh da zur Zeit Boah, meine süße Licht, oder? Ach du Scheiße Wo ist deine Waffe? Hab ich nimmer Dann bin ich wie ich gestorben und weggegangen irgendwie Warte mal Schau mal Bitteschön Ach so war auch genau Danke Und Muni? Die hab ich nicht Die hast du selber gehabt 3.000 Opel 9 Millimeter Kähl Die hast du selbst gehabt, die hab ich nicht Okay Davon hab ich nämlich nichts Nein, da hab ich leider keine Ich auch nicht Die oder was? Ja genau die Bitteschön Danke Habe ich schon die eine? Ja Dann los Warte ich schau mal nach Ob nachgeladen ist Ja ist Dann komm los Gut Ich würd ich sagen ab mal Fahrzeug holen Oder zur Polizei oder wir erstmal gehen Genau Es geht ab und zur Woche auf 2.000 Wow Da muss irgendwas loben Guck mal bei Steam Ob irgendwas vielleicht offen ist Ich würd dir mal empfehlen einen PC neu zu starten Weil wenn es ein Und ich würde mal den Äpfel klingeln drüber laufen lassen Weil der findet Der ist sogar Der ist sogar Wurz Ja von schießt mit irgendeiner Ja Das ist das ist Ah Er hat 410 neu gestartet Hm Was? Das ist jemand anderes Der war Gott Jetzt sind etwa die müssen uns Die müssen uns Die müssen uns Entwürdig haben Patroclus Vielen Dank Sei gegrüßt Was hast du denn für einen Prozessor? Äh In 5 In 5 Und ich könnte sie genauso Den hätt ich jetzt sogar geraten Aber Okay Da ist jemand Ein Das der Wegen einem Spiel komplett ausgelastet wird Dann musst du mal den Die müssen uns In 5 Hast du Äpfel klingeln Ja Anbietern Nr Gibt Abw Nein Anfinde Oh Oh So ich komm Fahrzeug Welches? Du? Wird sagen, wir wollen ja Geld machen gehen, ne? Ja. Also hol's dein raus, hol meinen raus. Bitte mal, ich hab dich eingestellt. Was für altes habt ihr? Kleiner Freegamer. Ich hab'n Tempest. Ist das gefährlich, wenn wir überfallen werden? Bitterst du noch deine? Was meine? Wache? Na klar. Okay. Was ist das du? Du, genau. 1.40m. 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 Box. So warte mal, ich markiere mal kurz, wo wir hin müssen, Freegamer. Ähm, Diamantverkäufer. Ja, wollen wir Diamant machen, dann machen wir gut Geld. Dann hab ich auch die Lizenz zum Verarbeiten. Na los. Aber dann musst du nicht als erstes zum General Store und Spitzsache kaufen und Verpflegung? Nein, Fahrständer, ja. Nein, Fahrständer, ja. 1.40m. Einfach durchhaken, Scheiß drauf im Auto kommt. Genau, ich fang in vier Sekunden. Ich spare hier schon 100 M. Warte mal, ihr könnt doch hier... Warte mal, Brot? Was war es hier gewesen? Man kann doch bei der Bäckerei, irgendwas gab es bei der Bäckerei, ne? Lamba war in vorn, scheiße auf die Lamba. Braucht kein Schwein. Wie geht es hier drin? Äh, ihr direkt mit dem AdWC in den Restaurant. Die Konkurrenz sind mit. Muss man halt installieren. So, warte. Den lässt du einfach durchlaufen und wenn du was gefunden hast, gehst du auf löschen, dann startet er deinen PC neu. Wie viel Geld soll ich denn mitnehmen? Ähm, Halbverpflegung und Spitzharte. Was kostet denn die Lizenz? Äh, warte. Ich habe sie, glaube ich, sogar noch. Ja, aber ich nehme sie. Ja, zum Glück. Ähm, die Lizenz kostet... Tools Lippen, ne? Genau, von Tools Lippen. Äh, 35.000. Okay, nehmst du gleich mit, oder? Ja. Das hat nicht so gut, wenn wir überfallen werden. Scheiß drauf. Zack, ich habe alles. Warte, ich will doch noch mal rein. Cool. Und wenn du da drin alles gekauft hast, bist du dann bereit für Diamanten. Ja, warum? Ja, machen wir Diamanten scheiß drauf, sehr egal. Ja, dann machen wir richtig gut Kohle. Wie viel klappt das tun deine? Äh, ich glaube 550 oder was, keine Ahnung. Boah, war das nicht 1000 bei denen? Nee, ich glaube nicht. Boah. Wirst du weggehen? Ja, ich will nur meinen Kopf rein. Ja, weg, ich will reingucken. 550. Ah, okay. Meine hat 150. Gut dann los. Gut dann los. Abmarsch. Gib Gummi. So sagen wir erstmal zum Verarbeiter wegen der Lizenz holen. Ja. Bevor wir hier alles einbüßen. Mhm. Hast du den Weg markiert zum Verarbeiter? Äh, ne, aber ich kenne den auswendig. Aber ich glaube, die müsste dann aktuell verkaufen. Ja. Warum kennt ihr uns hinterher, die Typen? Ach, keine Ahnung. Ein Fischköpfe. Die sind gleich hinterher gerannt uns. Ja. Also ich weiß jedenfalls, wo der Arbeiter ist. Auswendig. Okay, dann los. Wir sind nicht direkt neben der Diamanten. Ungefähr so 300 Meter entgegen. Ja. Na, ist doch gut. Dann müssen wir dort hin, erstmal bevor wir hier weitermachen können. Das ist ungefähr ein paar Mal. Weiterhöhle ich mir die erstmal, ne? Bevor ich hier was mache. Baum umgefahren, egal. Das stimmt. Kommst du nach? Mit der hinter dir? Ich dachte, wir haben jetzt nach vorne. Jojo, alles gut. Ja, dann ist das ab. Ich sehe, als würde ein Hexagon. Mhm. Was machen wir denn? Der Heli über uns. Ja, was reden wir? Der passt nur irgendwie gar nicht gerade. Hau weiter. Ich lass mich nicht abstecken. Wer hilft. Früher können wir überfallen, egal. Wie du? Der denkt wahrscheinlich, wir machen. Ähm. Also ich glaube, der weiß schon, dass wir das machen werden. Oder wir machen zu fast, wenn wir denken. Dias werden oft überfallen. Da werden wir ja sehen. Was Dias? Diamanten werden oft überfallen. Mhm. Ich würde aber nur einmal überfallen, wenn ich das mache. Ich habe das schon oft gemacht. Du hast dir das Auto geklaut dabei, oder nicht? Nicht. Ich habe geklaut. Nee. Ich glaube, ich habe schon zwölf Mal oder so gemacht, wenn wir einmal überfallen. Ja. Und wir rupfen Tops. Na ja. So ist es halt. Ghostie! Sei gegrüßt! Richtig. Naja. Aber erkannt dich. Verstehen? Bei über 21, 20 denkst du mal nur noch. Alter, schon wieder ein Jahr rum. Das stimmt, Ghostie. Da hast du recht. Auch wenn du da bist. Ja. Ich war ja voraus. Und falls du verstehst, darf ich einfach schnell umdrehen. Und dann geht es zurück. Gate Lawn. Ja, ich komme hinterher. Ja, weil wenn da auf uns gewartet wird. Wie ist das Verarbeiter erstmal? Ben, Ben. Sei gegrüßt. Ja. Naja, da liegt auf dem Weg. Gate Lawn. Okay. Und da können wir halt wieder gehen. Wie sie kommen, dann sind wir schon in der Miene. Aber nie wieder durch den Wald fahren die vor uns gerade, ey. Nee, da müssen wir nicht durch den Wald fahren. Wir müssen nur auf der Straße bleiben. Das war eine Katastrophe gewesen. Hm. Aber genau so bin ich auch gestorben. Armseliger Tod. Ja. Ich bin da sicher, dass es muss doch zu deinem bürstet ist. Fuck. Alter. War das gerade Glück. Ich guck gerade in den Chat rein, ne. Und verrore fast hinten rein. Oh. Fliege einmal. Ja. Oh. Oh, freut mich, Gusti. Alter Schwede. War das gerade knapp. Ja, lass ihn, lass ihn fliegen. Du es nicht aufmerksam machen. Fahr einfach weiter. Oh. Oh. Alter, war es gerade knapp. Wir haben fast einen Leitklang reingerucht. Oh. Oh. Ja, ich habe es in den Rückspiegel gesehen. Ich habe in den Chat reingeguckt. Weißt du dann? Oh. 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 Okay. Also wir müssen eigentlich nur auf der Straße bleiben. Geht laut. Und wir auf eine Wiese fahren, für eine Abflug zu bringen. Wir sagen, der Heli wird uns aber so hinterher kommen. Und wenn du willst, fahren wir auf eine Abflug zu bringen, wo deine Wiese ist. Aber nicht viel, da müssen wir geradeaus. Na erst mal jetzt das Ding, ja. Die holen. Na ja, von da aus meine ich ja gar nicht so müde. Nein. Nein. So, am wenigstens hier ein bisschen mehr hier ähm. Die erst machen können jetzt überfallen. Dann ist das Geld alles weg. Weißt du? Ja. Du kannst auch Fahrzeuge ein- und ausfahrten. Gut. Der Heli wird uns aber so. Hast du FIFA 18? Nein, habe ich nicht. Doch. Eine Demo war das. Demo war das, ne? Und Gossi sonst, wie geht es dir? Ja. Und ich fahre mal langsamer, bis du dich aufholen kannst. Ja, ja. Und jetzt nimm ich niemanden. Ich steh hier. Wie weit ist es noch, ungefähr? Nur noch weit. Wir sind weiter. Müssen wir noch weit fahren? Ja. Ja. Und es geht. Ungefähr fährst du da. 5 Minuten. Dann bist du da. Geht klar. Gut. Dann hast du das Ziel erreicht. Da drüben. Ja. Aber mit dem Heli fällt auf jeden Fall aus. Die wollen uns überfallen. Merkst du es gar nicht? Ja. Aber die Lanken verhebt, dass es uns ausschaut. Ja, ja. Die Farben, die klub mir das. Ja. 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 Wir gehen wieder los. Bis jetzt. Boah. Ist klar. Jetzt gehen sie hier runter. So. Bleibst du mal da? Ja. Ich komm gerade neben daher. Oh. Ja. Warte. Am Stehenplatz da vorne ist es gleich. Heli ist gelandet. Dein ist noch ein Heli. Alter, sind wir los? Verwirklicht. Aber Militär. Das sieht nicht aus. Hoffentlich wollen sie nur hier... Komm, fahr weiter, fahr weiter, fahr weiter. Ich will nicht. Du wirst die Lizenz schnell haben. Feuerwehrvideo sei gegrüßt. Ja. Wie gesagt, muss ich noch die Lizenz haben. Dann können wir schnell arbeiten gehen. Hier vorne ist es Schenkel. Ja, klar. Geht klar. Hier oder was? Genau. Und hier. Das liegt. Hier. Das ist der Verarbeiter. Und hier vorne... Warte mal. Ich muss rein. Hier drinnen oder wo? Ja, hier gleich. Alles schön. Bei dir. Hältst du die Deckung kurz? Scheiße. Wo am Schild? Ja, am Schild gehst du hin. Hinter dir. Und hin. Ja. Ich brauche Färben. Jetzt nach links. Ah, links. Ah, links. Was habt ihr da los? Komm, weiter machen. 35. Ja, komm, los. Das ist schlimm. Scheiße. Ja, Feuervisio. Ich habe heute Geburtstag. Ja. Gut, dann los. Weiter, komm. Der geht auf den Flugzeug zu. Nee. Jetzt fangen wir wieder. Jetzt fangen wir schon gleich vier Minuten. Das liegt alles an allen Platz. Das ist auch nicht schlecht gemacht. Das ist auch nicht schlecht gemacht, ne? Los. Verkaufen. Das ist ja egal. Komm, wir machen dann. Und hier passt nach rechts. Heli kommt? Ja. Das ist ja egal. Das ist ja egal. Aber ich soll sich die Lizenz jetzt. Ja. Ich habe die Lizenz jetzt. Habe ich das jetzt. Wie folgt? Ich habe die Lizenz jetzt. Bordner ist es denn. Geht klar. Ist ja nicht weit weg. Genau. Ja, dann schauen wir. Ist das eigentlich die Straße oder ist es. Dann müssen wir aufpassen. Wie gesagt, bald verarbeiten dann. Beziehungsweise, da würde ich nämlich schon mal rüberfahren. Einmal an der Mülle, einmal am Bearbeiter. Okay, töten die Entleiher oder wie ist das? Null, die habe ich nicht ausgebeutet und dann habe ich sie nicht gelassen. Okay, Feuervideo vielen Dank. Müssen wir hier? Ah hier oder was? Ja, wir waren hier hinten. Ah, sieht aus geil aus hier. Ja. LS 17. Ja, aber ich würde sagen, LS 17 hier. Ich habe viel zu tun, um den Rücken zu fahren. Da fahre ich immer dann, kann man das nicht sehen. Also nicht so leicht. Geh weg, 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 weg. Geh weg, 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 weg. Da ist der Abstand, den wir einfach hier die Amachen machen. Wenn soll sich gleich, der Helis wieder da, merkst du es? Ja. Das ist halt, man kann hier vom Berg oben aus überfallen werden. Achso. Na ja, was soll ich Neues? Das will ich aber hier, bei der Diamantmine, gibt es sowohl Eisenmine als auch Kohlenmine noch. Okay. Achso. Ja, hey, die kommt, oder? Ja, die kommen. Mach mir nach, mach mir nach. Was? Zwei. Die haben uns schon gesehen. Nein. Die haben uns schon gesehen. Die haben uns schon gesehen. Alles gehört haben die vorne jemand raus gelassen. Ich bin ja nicht so weit. Nein. Da, da kommen sie. Und lächerl dich auch, oder? Ja, ich bin voll. Da, da kommst du. Okay, weg. 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 Na, weg. Na. 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 Na, na. 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 Alter, sind die lächerlich, oder? Ja, aber ich glaube, ich lasse dann hin. Komm, 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 komm. Warte, ich hab dir halt drauf eingesteckt und jetzt arbeitet er ganz normal. Der tut nur so. Ja. Ist der alleine? Ja. Dann lass da oben mal hingehen, komm mit hoch. Ja. Ich werde mal damit arbeiten können, aber ich kann gut sagen. Kommt man hier irgendwie hoch? Dann mach ich mich nicht wieder an. Ja, weil er sich überfallen will, du halt. Na, ich weiß schon. Ich muss dir nur noch sagen. Mit Angst, du bist. Komm, los. Ich bin kleiner, der alles sieht, würde ich sagen. Dann mach ich mal auf der Grösse leer. Der kommt gleich nur noch, pass auf. Am besten du wirst, die Waffe schon mal raus. Hm. Der kommt wieder. Dann muss ich mir hier arbeiten. Dann will ich ja hier oben machen. Und dann müssen wir einfach hier gerade aus. Dann kommen wir hinten auf den Weg wieder. Gut, dann los, komm. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, 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 warte. Na ja, glaubt das nicht zu früh, ne? Da kann doch kommen. Da ist er wieder. Alter, ist er doof. Stürz ab, Stürz ab, komm. Ohne Grundschießen. Also jetzt würde ich nicht schießen, oder? Nein. Okay. Da kommt wieder. Hast du auch noch ne Waffe? Warte, 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 bitte. Ich glaube, er landet gleich. Hast du auch noch ne Waffe, oder? Ja, ja. Ich hab noch eine. Okay, das ist gut. Was hast du für eine? Na, meine. Der kommt wieder, pass auf, Pui-Gammer. Ah, hier kann man nicht, kann man nicht, kann man nicht, kann man nicht für ihr arbeiten. Nee, weiter unten musst du hin. Das ist ja scheiße, unser Fahrzeug drüben. Ja, unten auf die Steine da. Ja, da musst du hin. Da, da landet. Dann. Ab ins Auge. Alter, geh mir auf, sag der Typ noch. Ja. Die ist nütlich, ich will arbeiten. Ich brauch Geld. Darf, wer landet. Go, 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 gib Kurier! Ich kann nicht mehr auf die Steine da machen. Alter, stürz ab, du trägst den. Alter, das ist doch kacke, was der macht, oder? Ja. Das alleine ist der, ne? Ja. Gut, Fui-Gammer, fährst du mal bitte weg, ne? Und knallst du einfach ab, wenn der jetzt nicht hier durchkommt. Ich geh alleine jetzt runter, ne? Und du fährst dann kurz weg. Okay. Okay? Soll ich nicht vor mir? Du kommst, du schleichst dich an mich ran. Okay. Aber lass ich dir von dem Typ sehen. Ja. Was gefährlich ist halt, ich hab mir nur noch mal ein Systeme. Ja, die wüssten wohl treffen, oder? Ja, auch schon. Ja, ich hab mich wieder geschwit, ich hab mich geschwit, ich hab mich geschwit. Weil der will so wie im Fall kommen. Ja. Na ja, schau mal, der drückt mir hinterher, aber die nicht. Ja, lass ihn mal. Die fahren von der ganzen neuen Seite, ne? Mach das. Ich wollte von erstmals zum Verarbeiten sehen. Da kommt noch ein zweiter Heli. Äh, äh. Doch, ich hab nicht genug, ich hab' Kollegen, sie sind... Ja, die Kollegen sind da, die folgen dir. Aber wirklich, was soll ich machen? Du hast keine Chance, das sind zwei Helis. Oh, da geht nicht so, die geht nicht runter. Da geht nicht so hin. Dann... Rappen. Alter, was soll denn der Kack schon wieder? Der geht runter, wenn ich fast nicht so hin. Und halt mal, halt mal. Hau ab, du Typ, Alter. Schau, ich in die Mappe. So, ein Trottel, Alter. Komm, Rüger, wir fahren. Ja, da will uns kommen. Lassen machen, komm, wir fahren los. Wenn er zu weit runter, komm, knall mal weg. Mir scheißegal. Ja. Kann ich lieber rausfahren? Fahr vor, fahr vor. Okay. Die haben ja vorhin noch ein Heli. Die holen schon weg. Die haben ja noch ein Heli, früger immer. Was auf. Ja. Aber er darf sowieso nicht kommen. Du mal bitte, Pullen anschreiben, früger immer. Ja. Dass die hier Diamanten überfallen. Diamanten. Früger, wo bist du hin? Wo wäre der Diamanten? Äh, die. Ja. Ja. Freer Gamer. Ja. Wo bist du? Hier, bei der Diamanten. Ich bin noch vorne. Ach, dass der Kopf zu dir aufsteht. Ja, ja, weil ich den größeren Lkw habe. Ja. Alter, ruf die Cops, Freer Gamer. Ja, das ist so ein Minigame. Wie viele Kops sind gerade da? Gut, dann zurück zu Kupfer mir. Er ist eine Mine, los. Also ich habe die Stange geschehen. Jo, ab. Nein, Stange bringt er nicht. Du bist zur Kupfer-Mine, du Held. Äh, hier zur Diamanten-Mine. So, wenn er jetzt nochmal runterkommt, schieße ich auf den, ne? Na, unten. Und unten. Und? Alter, der will uns callen, oder? Ja. Der will uns callen. Auf jeden Fall. Das habe ich schon mal gehört. So, geradeaus, ne? Ja, ja, das ist auf jeden Fall klar. Ja, ja, das ist auf jeden Fall klar. Alter, der Gate-N-Servent-Zünder. Bist du schnell, Free Gamer? Mit der Waffe ziehen, bist du schnell. Ja, ja, das ist auf jeden Fall klar. Der ist alleine, ne? Gut, dann halt an, halt an, bremschen ab. Schieß auf den Heli, schieß drauf, schieß drauf. Ja, schieß. Ja, kill ihn. Alter, das ist doch eine Ratte. Hast du das? Nein, geht nix. Ich hab ihn aber, äh, nie so auf die letzte Runde gebracht. Ja, das schießt gerade auf mich. Du hättest ihn genau roto schießen müssen. Ja. Ruf mal die Cops, jemand von euch, bitte. Ich hab ihn hier mit einem Heli verpasst, die sagt ihm einfach mal wieder. Ja, ich brauch auf jeden Fall die Cops hier. Dafür hab ich den Heli aber geschädigt. Das verschießt man auch so. So, an welchen ist denn das? Zweiter oder der erste Notruf? Welcher ist denn das? Äh, was, äh, der erste. Sagen Sie, werden die aus dem Minio fallen? Genau. Pass auf, der gibt den Minio. Ja, ja, sehe ich schon. Ist er, kann ich immer vielleicht ein, oder? Äh, das können wir nicht machen. Jedenfalls hab ich den schon mal gut gegeben. Ist der dumm, der Typ, oder was? Äh, der Heli ist weg. Äh, der Heli ist weg. Was ist? Der Heli ist weg. Okay, na, wahrscheinlich, weil ich ihn gegeben habe. Ich hab den nämlich zuhelfen, der hat schon ganz leicht geraubt. Okay, ja, der muss ja irgendwo noch sein. Da ist noch irgendwo. Ja, die Pistole ist nämlich saustark. Ich hab die Polizei, wie gesagt, angeschrieben. Hab die gekommen, ist die nächste Frage? Ja, bei mir hab ich den auch geschrieben. Ich kam einfach nicht. Aber eigenartig, ich schreib die Cops an und schon ist er weg. Ja. Hat er irgendwas gesagt gehabt, oder so? Nee. Er hat mich einfach mit seiner Automatik mal voruntergebracht. Ja, weil ich die gehabt habe, und er ist schon lange getrunken worden. Ja, ich hab halt nur eine leichte, bis neue gehabt. Ja, ja. Das ist halt für das andere. Ja, ja. Das war schon gewesen. Das ist immer nur ein junger Typ. Dann komm nicht hin. Am besten, ich fahr mal erstmal in die Stadt rein, oder? Was ist das? Also ich sag hier, irgendwo in die Stadt rein, oder? Vielleicht fahr mal in die Stadt, oder? Und, kannst du die Zeug sagen? Stehen bleiben, stehen bleiben. Ein Polizier ist da. Ja, ja. Ja, hallo? Ja, hallo? Ich hab sie angerufen. Ja, ja. Ausweiter, bitte. Ja, warte, warte. Wo ist der Herr, der sich überfallen hat? Der ist mit dem Heli wieder abgehauen. Mein Kollege hat ihn zwar noch getroffen, und mein Kollege wurde erschossen, aber naja. Was soll man machen? Der wollte uns einfach überfallen, keine Ahnung. Okay, machen sie einfach weiter, fahren sie weiter. Ich dachte halt, der hat Tempestus geklaut. Vielleicht fahren sie einfach weiter. Ich guck mich mal nochmal auf. Gut, danke. Ich dachte, das war ein Hummingbird. Ja, gute Zeit, das war doch, ne? Soll ich nach vorne schauen, nicht? Hab ich euch nichts gesagt? Ja, du hast recht. Gegrüßt. Oder soll ich mich... Mir ist Rolov, sei gegrüßt. Warum überfällt der Mine? Keine Ahnung. Weil er Spaß dran hat, der Typ. Mein Truck liegt auf der Typ. Okay, mein Truck will die Beschlagnahmen. Hat eine Polizei gemacht. Danke. Ach Mann, ey. Ich muss mich nicht hinbeflossen haben. Also ich bin dann gut, dass er in der Fall hat. Jo. Aber warum hat er da? Uns wollte er jetzt überfallen? Ist er dumm oder so? Ich bin dann mal auf der Karte, wo der Rebellen-Storm ist. Warte, ganz kurz. Ich muss kurz nochmal fahren. Dankeschön. Weil ich kann mir denken, der Heli ist hier irgendwo noch. Okay, darf ich dich nicht. Heils links. Links? Ja. Okay. Ich nutze dich zu mir. Was ist denn bei dir? Ich will mir helfen. Wie soll ich denn dir helfen? Vorne an der Tröpfung, da ist du rechts. Ja. Du nächst zu links. Da ist Zipzack. Der wollte euch überfallen. Er hat klar wollte uns überfallen. Das ist halt nichts Neues, ja. Nein, da kommt links. Und jetzt fährst du erst, jetzt fährst du immer gerade aus. Du willst schon, dass du Überzeugerung hast, na, Svester? Nein, ich schaue auf der Karte hier. Da sehe ich dich ja. Heli wieder? Mhm. Weil mir auch, ich sehe dich ja auch auf der Karte hier umgehen, in Echtzeit. Gettla, der Heli ist wieder da, oh nein. Einfach weiter, einfach weiter. Fahrst du richtig an? Ja, immer weiter. Ich lobe dich. Gettla. Du bleibst immer auf der Strecke. Okay. Nicht abweichen. Vorne ist dann, wenn du am Zykainfeld vorbeifährst, kommt so eine Gardelung. Das dauert aber nicht gut. Okay. Bei der Gardelung fährst du dann aber links. Wie mache ich? Dann kommt wieder die Gruppe und landet die Kauflogenplante aus, falls du dich erinnerst. Und dann bist du fast bei mir. Ja, minimiere keine Ahnung, warum der das überfallen wollte. Wir haben ja eh nichts dabei. Also, weil ich nutze dich, bin ich gerade mit 6-Zone. Okay? Ja, mach das. Immer weiter. Bis jetzt läuft es nicht. Es ist ja blöd, dass das Fahrzeug ein wenig langsamer ist, ne? Ja, ja. Pff, geht. Halt mal einen Schiff gedrückt und darfst du noch ein wenig schneller. Dann ist es halt mit Lenken scheiße, weißt du? Deswegen fahr ich nicht so. So, ich folge der Straße jetzt, ne? Ja, jetzt fährst du immer geradeaus. Weil du folgst und bleibst aber immer auf der Straße. Das heißt, ich fährst nicht runter. Ich fährst nicht runter. Wie gehen wir durch? Ja. Er ist bei der Verfolgung. Ich weiß nicht, ne? Jetzt fährst du doch. Stehst du doch. Das ist bei dem. Das ist schön. Aber ab der so mitgekommen... Der verfolgt mich, der verfolgt mich. Leute, wie komisch das war, ne? Ähm, ich schreibe... Der Typ ist unten gelandet, ne? Ich schreibe kaum den Kopf, ne? Und schon ist er verschwunden. Ja. Als wenn der es gewusst hat, ne? Text? Nein. Und ich glaube... Ich glaube, der ist da nicht. Okay, du kannst gleich noch vorne die Kreuzer. Das ist egal, wenn du siehst. Hier und? Okay, ich will die Kopfhörigen gehen. Danke. Hier. Na, Gabel um links. Die Yoga-Klang. Das ist der kürzeste Weg, den ich dir sage. Durch die Pampa zu fahren, ne? Aber da vorne kommt auch eine Scheiderstraße wieder. Okay, klar. Aber da war ein Stück. Da läufst du mich gerade noch in die Pampa rein, keine Ahnung. Ich will zu mir, ne? 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 Ja, in welchen? Ja, in der Bälle. Ja, in der Bälle. Ist in der Nähe. Die Nähe ist am nächsten bei Ihnen. Ich will zu mir, ne? Ich will zu mir, ne? Koala Gang, sei gegrüßt. Das war er, was? Das, was ihr gemacht habt, war RDM. Du darfst nicht auf jemanden schießen, nur weil er dich verfolgt. Das ist kein RDM. 100%ig nicht. Wenn der Typ uns callen will, das hat man ja gemerkt. Dann ist es kein RDM. Was? Dann haben wir hier angefangen zu callen. Wenn der anfängt und sie ganz nicht drüber folgen, runtergehen, wenn wir irgendwo sind. Also ist das für uns ein Call? Ist doch klar. Ja, wir haben ihm ja Zeit mitgegeben, dass er sich verflüssen soll. Das haben wir natürlich nicht gemacht. Der wollte doch mit ihm bleiben. Ja. Ist der jetzt im Stream dabei oder was hier? Ja, wenn das RDM oder so. Passiert. Und dann ist ja alles ergegangen heutzutage. Ihr dürft trotzdem erst schießen, wenn ihr gecallt habt. Das ist ja Quatsch. Freck. Ich darf mich doch nicht callen, wenn der... Wenn der... Nee. Jetzt immer geradeaus. In der Zeit wüsste ich mich schon mal ausreichend. Ein Stück dauert. Jo. Aber wenn der uns callt, ne? Dann sind wir ja schon tot, wenn du so nimmst. Ja. Also... Nee. Und man hat ja gemerkt, dass der uns callen würde. Also... Keine Ahnung. Merkt man einfach. Mist, ich hab immer noch eine kleine... Äh... Gewaltliste bekommen. Nee, es wird noch gemacht. Sobald er Zeit hat, macht er das. Nee, nee. Freu ich mich dann drauf. Ich bin ein Hammer, weil... Das ist kein Quatsch. Lest die Regeln. Kann ich mal deinen Ausweis sehen, bitte? Ausweis. Kann ich mal deinen Ausweis sehen, bitte? Ausweis. Kann ich mal deinen Ausweis sehen, bitte? Oh, wieso quatschen da drinnen? Ähm... Auf Pizza Green, was glaub ich... Ja, ja, schon. Kannst du bitte aus dem Krummkanal rausgehen. Wenn dich ein Supporter erwischt, wirst du bewandt. Warum? Dann musst du jetzt sagen, dass du bewandtest. Hab ich irgendjemand erschossen oder irgendwo drauf geschossen? Nee, hab ich nicht. Mir ist recht. Ich hab auf niemanden geschossen, also... Hat er irgendwo auf den Einstieg noch jemanden geschossen? Nein. Also ich hab ihn geschossen. Also ich hab ihn geschossen. Also ich hab keine Ahnung. Irgendwo... Das hab ich gemacht. Genau, dann ist es... Da bist du... Von der Seite... Von der Seite aus, äh... Wie sehen wir das geschossen? Ich hab ja jedes Schwein gesehen, dass der uns kommen wollte, also... Wenn ich ihn sofort erwische, wirst du bewandt. Ja, ja. 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 Ich hab schon ganz fliegel. Wo bist du außen? Wo bist du jetzt, Friedhelm? Wo bist du? Ähm... Wenn wir jetzt von hier an der Brücke, weil du schon bist, ja? Links. Über die Brücke. Wirklich bist auch schon ganz fliegel. Warte mal, links oder rechts? Links. Also wie gesagt, ich hab niemanden geschossen oder sonst irgendwas. Also ich kenn RTM. Ich auch nicht. Außerdem haben wir ja wie hier gewahrt. Oder hast du mich aufgenommen? Na klar. Ja, dann haben wir ja wie hier gewahrt, dass ich kein RTM gemacht habe. Ne? Dann haben wir ja dann... Weißt du viel? Ich hab's nicht immer raus, wenn der zu fertig schauen will. Ich denk nur nur pro, dass derjenige mit dabei ist, ne? Ja. In meinem Stream. Weil wo ich die Polizei angeschrieben habe, ist derjenige abgehauen. Also das ist wirklich. So ganz kurz und tächtig, ne? Ja, einfach geradeaus. Ja. Ja, warte mal. Ähm. Also die Situation beginnt, falls eine eindeutige Ansage von Partei A an Partei B getätigt wird. Lässt sich diese als Call betiteln? Ja. 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 Neben mir, ist er noch? Ich bin nicht. Achso, okay. Warte mal, was bitte? Ähm. Getätigt wird letztlich diese als Call betiteln. Hierbei kann sich jedenfalls, wenn man einen einzelnen Spieler als Suche an eine Menge gewendet werden. Dieser Call muss neben einer Forderung eine Konsequenz erhalten. Beispiel Überfall, Hände hoch, sonst legen wir dich um. Ja, aber was sollten wir denn machen? Der Typ da, am besten bist du das sogar, ich will es ja nicht. Die ganze Zeit folgt der uns, geht runter, wenn wir irgendwo anhalten und ja, das ist für mich nicht so. Außerdem ist es doch eigentlich eine RBM im Besuch in den Pflicht haben. Wollte auch kommen, bin zu müde, ich wünsche dir was. Danke dir. Fahrst du richtig, ja, ne? Ja, du fährst richtig. Gut. Aber Koala Gang, es ist kein RTM gewesen, wir haben niemand erschossen oder so. Nein, nur die Hälfte, es ist kein RTM. Wenn der nicht abhaut, wenn der so ein Piss geht, der Typ, also. Aber der hat sich umgelegt, das heißt, er hat RTM gemacht. Na, ist doch, gell? Ne, ich bin's nicht. Trotzdem war es komisch, oder? Ja. Komm, guck, jetzt schreibe ich Böhnlein schon heute ab, also. Okay, nachdem du guckst, kommt links eine Einfahrt. Ja, ja, ich fahr noch mit Mainzenkamera. Dann kommt links eine Einfahrt, das ist aus dem Schleichweg, wenn du quasi zugewachsen bist. In den Zeiten, da fährst du dann weiter. Geldlaum. Und du rüstest dich gerade aus, oder was? Nee, ich empfange. Ich weiß nicht, wie du das auswachsen soll. Ich bin hier in den Torsten, ich habe jetzt die Böschung bezahlt, bei der Autopie. Und es verspricht nicht reich, ich sag ehrlich. Äh, äh, das Ding ist viel zu langsam, ey. 560 oder 550 oder der Trainer. Ja, 560. Hä, ja? Ja, 460. Nein, nein, heute reg ich mich auf jeden Fall nicht auf. Heute ist mein Geburtstag, das ist mir scheißegal. Ja. Und dann habe ich auch keine Bock auf Supportfall oder sonst irgendeinen Scheiß. Ja, ja. Okay. Dann kommst du jetzt gleich die Einfahrt. Okay. Okay. Geil, klar. Mach ich. Und da kommt noch mal ein Zipter. Na, ey, aber wo bist du denn? Am Arsch der Welt, oder was? Du will ja. Ey, der rennt doch vorher am Arsch der Welt rum, oder? Genau. So. Jetzt bin ich. Und dann kommt vorne ein Null, ein Fahrt. Aber recht. Und dann vorne. Und links. So ein Fußgänger schleichen. Nils, vielen Dank. Nils, vielen Dank. Ne, da habe ich heute keinen Bock im Supportum rum zu hängen, oder so. Ne. Habe ich keinen Nerv dafür heute. Wie alt bist du geworden? Ich bin 32 geworden. K.O.L.A. Gang oder wie du heißt. K.O.L.A. Gang. K.O.L.A. Gang. K.O.L.A. Gang. K.O.L.A. Gang. Was? K.O.L.A. Gang. Ich möchte euch noch einen schönen Abend fragen. Warum ist Tom lokal wie wie Juttet? Keine Ahnung. Ich bin lokal. Wie ist ihr denn? Wo ist es denn? Hallo? Ja. Warum bist du bei Ihnen lokal wie Juttet? Sind wir mal recht, ne? Tschüss. Jo, tschau. Okay. Jo. Ey, du bist wirklich am Arsch der Welt. Nein. Meine Fresse, ey. Woll ich noch auf? Geh weg! Jawoll. Kann man hier einparken, die Dinger? Ja. Ja. Ja, ich bin vorne. Aber du hast doch Kraft. Was hab ich? Der volles Diamant dabei. Naja und? Willkommen im K.O.L.A. Gang. Okay. Naja. L.K.A. Rebellen-Party. Du könntest auch vielleicht ein bisschen in die Hunde und dann was mit dem Film machen. Ja. Du musst doch mal gucken. Geht bei uns rüber bitte. Oh. Nur einfach auf der Hand, die Dinger. Warte mal. Warte mal. Wo fahrt schon ein? Da drüben? Ja. Da fahren wir dein Fahrzeug weiter, würd ich sagen. Ja. Ja. Das Ding ist, du darfst ja gar nicht bei uns mitmachen. Ja. Leider. Warte mal kurz. Ähm. Woher willst du jetzt wissen, ob ich erwachsen bin oder nicht? Wieder so eine Unterstellung ohne Belege. Hm. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen, Leute, wirst du nicht. Gut. Ja? Ja? Sie können es auch Fahrzeuge kaufen, hier bei mir. Na auch denselben, wie denn der hier hat? Ja. Ich glaube ja. Weil sie haben wir wollten, ne? Und der ist guter Vater mit Autofahrer. Und die Kopf machen nichts? Bei mir haben sie noch nichts gemacht. Ja. Wem den er hat, ist der, äh, Thrower. Der Querling gefällt mir. Welcher? Wer hat denn einen Thrower ab? So musst du auch holen. Helium? Ich darf nichts machen. Sie können uns nicht verletzen. Das ist Safe Zone. Das wissen wir auch gerade. Das ist Mora. Sie können uns nicht verletzen. Z. Mohawk wäre es nicht. Ah, nein. Ich höre, überlegen wir if wir sagen quillen holen. ich finde ich finde ich hier ist es da holst du dir drei Minuten fahren und hast den Wagen wir können noch eigentlich wir können noch eigentlich Fahrzeuge einpacken Halo Jump nach Georgetown machen und die da wieder auspacken was ist Halo Jump dass du quasi an 500 Meter über die Georgetown mit einem Fallschirm gebracht was die dann über die Maulzeit Hallöchen der Herr Na ist gut bei dir? Jo, das ist gut ich würde mich an der Gemeinde Standsetzungskontrolle machen mit meinem Neu-Dienst-Helikopter Ah, hab ich schon, ne? Na, was machen Sie denn hier? Das sieht ja aus wie eine Sprengweste Was hab sie denn da an? Ja, keine Angst das ist gar nicht, ich bin ein ganz netter Typ da ist sie doch selber, ich bin ganz nett mit der Sprengweste Nur wenn die Polizei kommt, macht es kurz BUM! Ja, gucken Sie mal Lesen Sie mal Ja, Feuerwehr Brandinspektrum, das ist schön Ja, das hat Kleidung Äh, willst du was das heißt? Ne, keine Ahnung Ne Ausbilder Für meine Ausrüstung Dann hab ich Kleidung Null Ich komm gleich wieder und mach was holen, gell? Bis gleich Ja Jo 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 Eee Eee Jo 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 Ei Ehm Mädek Das ist der Patron aber ich ja ja macht das du willst du noch was erklären bei guter ich dachte du hättest das mit bekommen das ist ein ausbilderrang brandinspektor steht für ausbilder und der herzlichen glückwunsch ja ja danke jetzt kann ich die anderen lünschen so wenn sie scheiß wurden die welt ist hier gefährlich die insel ist voller missetäter die wird so weit da rumlaufen gefährlichen posten ist schon jetzt willst du den überhaupt ich glaube aber sie müssen ihre häuser ein bisschen entrusten die gefallen mit dahin nicht so ganz das ist ja nein 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 hier sind weg damit was würden sie denn gar nicht mal ach so wird die hauptsache sie holen ihre wasserpistole nicht raus kann ich ja stellen chris aber ich lass mir das nicht gefallen werden dieser junge meint wie wir etwas uns unterstellen und dann noch kreist am lieben ist der hat eine ganz große allergie und zwar seit meiner damaligen behandlung bei dem wozu an kalikapsel nein ich glaube das wird sagt dem herren nein was ist das? was ist das? was ist das? du sie mir gefallen und nehmen sie den bitte hier mit den sie meinen rechten mitnehmen bitte der braucht das der hier der hier geht da ok wir wir von der polizei dürfen wir ja nicht landen das ist für dich ein schwergebiet äh dann darf wir nicht ach so ok deswegen ja die polizei hat hier keine landebefugnis deswegen das ist ihr gebiet und hier darf ich halt zu glück auch landen hat mir ich sag mal bist du in Farbstops geflogen? ja so ein bisschen ne eieieiei was hast du gemacht? bist du maler? das sieht doch ganz schick aus wobei ich sie eigentlich gut aus finde ich ich glaube ich weiß das sieht aus wie so ein maler wir wissen da eigentlich schon was wir machen wollen denn nein wir wissen wir auch nicht genau wir gucken noch ein bisserl ja also so äh jetzt ist die Frage wollt ihr Geld machen nur da ja Geldmann klingt immer gut ne ja dann kann ich ihnen eigentlich nur empfehlen dass sie sich äh vielleicht sollten wir mal weiter weg gehen von dem herrn also und laut gewissen Quellen äh sollen sollen hier die Schildkröten äh sehr gut sein und da kann ich glaube ich nur empfehlen sich hier mal gewisse Tauer an Ausrüstung zu holen und äh hier bei der kleinen Insel wenn sie mal auf ihrer Karte schauen da drunter können sie direkt die Schildkröten einsammeln das wären lassen sie mich kurz nachrechnen ich glaube ja das wäre schon einiges an Geld was sie da machen glauben sie mir ich glaube so um die 200.000 bei einem vollen Rucksack das klingt nie schlecht ne aber sowas wollen wir eigentlich nicht ins Nasse machen wir wollen irgendwas anderes machen ja ja wir werden ein bisschen rumfahren jetzt und gucken ja machen sie das aber das ist so die Alternative wenn sie schnell und äh ist halt langweilig damit sie sich halt so ein bisschen damit begnügen ne gut da wissen wir noch bescheid dankeschön dankeschön erstmal wir machen wir weiter Jungs ja weil wir müssen weiter wir müssen gucken ne ja doch mal so du bist schon sie sind schon verrückt ne dass sie ihren Geburtstag hier auf unserer Insel anfahren anstatt mit ihrer Freundin bei sich zuhause ne krass ne ja ich glaube sie muss sich auch denken wird ein Schaden hat der Junge ach so nein denkt sie sich nicht so oh Ausnahmen gibt's ne ok dann wünsch ich ihnen äh was passen sie auf sich auf ich will sie in einem gesunden Zustand wiedersehen ne ja jetzt nehme ich sie alle mit bei mir auf die Wache und dann werden wir wieder Spaß haben nein oh doch oh doch oh doch oh doch bis zum Sonnenuntergang und der dauert noch niemals so ich wünsche ja warten sie es ab warten sie es ab ja inzwischen können sie von mir nicht so willst du ein Auto raus Frikammer so ein neues Dienst äh so ein neues Dienst so ein neues Dienst wenn sie gehen sehen nicht das Feuer eröffnen der ist halt noch nicht so schön äh wir haben uns jetzt halt mal was neues gegönnt und dein Problem ist bloß aufgrund von akuten nicht erkennen dass wir Mediziner sind äh mussten wir die Panzerung ein bisschen verstärken weil wir schon mit weit war das mit allem beschossen worden also da flogen uns die Kugeln um die Ohren weil die Leute nicht gemerkt haben dass wir von der Mediziner ja von der Feuerwehr sind Frikammer auch wieder mitbringen das ist ein bisschen naja naja gut dankeschön junger Mann und sie sollten aufpassen ja ja gut Fahrrad sind habt ihr sie passen auf der Farbentopf ist gefährlich das ist halt scheiße dass du nicht drin bist aber sie sieht gut aus aber irgendwo sieht es gut aus das wollte ich grad noch sagen und ich hab fast kein Geld ey 27.318 aber ich werd auch nie lange machen Leute ne mhm dass das immer Bescheid wisst weil das killt meine Frau mich wirklich verständlich ne ja was ja für diese Kippe Gute die brauchen den Obo bewaffnet ganz unten Wieso ja schau es dir an dann weißt du warum er ist nicht bewaffnet doch und der geh mal rein ganz unten was haben wir denn Munition da hat keine Munition da schreckt mich immer ab weil die nur genau wissen wir keine Munition haben und wenn wir Munition das bekaufen soll das dann mit rumfahren oder die kommt holst du dein Fahrzeug raus willst du wirklich von hier aus losfahren? du glaub warum nicht? der Fahrtopf kommt was will der? der Fahrtopf kommt oder geschwingt ja so sieht doch aus also was holen wir jetzt mit dem Fahrtopf? oder hast du nen Heli oder so? ne ja ich hab nen auch und der Fahrtopf wie gehts Ihnen? sehr gut ja ja sieht doch nicht schlecht aus muss ich sagen das ist ein Maler dachte ich na gucken sie meine Schuhe ach schicke Schuhe haste Nikes äh billig ja von dich kommt nicht ne ja ist das dein Heli? ja ich hab zum Glück meine Schuhe ausgezogen als ich in den Fahrtopf eingeschwungen bin ja klar ich einen Tag ihnen noch ich geh ihn auch also kannst du oben nicht fliegen oder? ja was will der Fahrtopf? ja haben wir doch was geschehen da quatscht irgendwas wär ich schnell wohin wollen wollen flieg mal als Hohenstack ohne Bölenbill auf den Sack gehen ja so schön bei irgendwelchen Falle mit dir kann man nicht machen weil du nicht drin bist weißt du? ja ich ja ja du hast ja zwei Leute schon ein paar Tage aufgezogen ne? wir haben ja zwei Leute schon ein paar Tage aufgenommen ne? wir haben jetzt ein Spinner bekommen keine Ahnung willst du nicht? Ich weiß nicht wie die heißen, ich sag nur das sind Leute, die wollten ihren Kind haben, die sind bei Wolfsrudel so ne. Okay. Ja, Richie und Rick. Geldlärm. Solltet ihr euch vielleicht mal ein Geld zu bekommen. Geldlärm. Ich glaube, das wäre irgendwie auch bequem. Ja, der Handy ist cool. In einer anderen Farbe, wird er geil aussehen. Von innen. Ich habe ihn zuerst nicht da angefangen, aber er hat ihn gekippt. Achso, okay. Du bist ja auch als Rebellen, gibst du auch als Bezeit-Spring-Auto noch nicht 1 Platz bei mir und als Gold. Ich glaube, ich bin ja 900.000 oder so. Das sieht manchmal so aus. Und noch manchmal. Das sieht keiner aus. Du bist ja. Du bist ja auch als Rebellen. Du kannst michry callen, aber du kannst weiter. Du kannst dich aufnehmen. Du kannst dich jetzt. so noch so staunende Bullen nerven das kann man zu dritt machen das passt ja ja auch das in den Fall Genau im Akumus landen. Und sie bald so hoch und wieder losfliegen. Die würden abkotzen ohne Ende. Diese Zipfelklatscher. Weil sie zuerst hier getasert wird. Die sind da schon da unten. Wow. Na runter mit dir los. Das ist Sperrzone. Sag du hast den hier Ausfall der Motoren. Das interessiert den gar nicht oder? Doch, das interessiert den. Ganz gut drauf zu blöd. Wenn der herkommt, hochgehen wir doch. Ist noch 10. Wow. Wow. Der kommt jetzt, kommt raus. 8 Cola, 8 Bier heute wieder Leute. Ja. Ja. Erster Pilot. Erster Pilot. Mann. Mahlzeit. Was? Das ist alles dasselbe. Die heißen alle Weiber. Hanisch. Sie wissen schon, dass es landen hier verboten ist. Ja wir haben auch Motorprobleme. Wir können nix machen. dann müssen sie das vorher ankündigen ja bevor man abstürzen muss ja wie gesagt da müssen sie das kurz ankündigen dass sie hier landen du hast doch ein langes roh von hier gerade wo das auto von denen offen ist von den bullen gerne gucken schnell bevor der abhaut setze ich mir das rein ich setze uns rein los rein setzen kommen ja das letzte reise mit rein los kann ich das zu wenn ich doch mal mit wohin müssen sie dann ich muss ja klar hausen hallo wohin nach klar hausen ich weiß nicht wo das ist da müssen nicht alleine fahren oder ein taxi nehmen mach du mal los noch fahren weg los zipfelklatscher warte schafft ihr mal ein eiszug ey so geil Tom alter zipfelklatscher wo ist denn der wo ist der hin ne der kommt gleich wieder vor es ist ein eis irgendwo ist der der zipfelklatscher warte hört ihr das warum muss ich jetzt wo ist denn der abgau ach man äh baxter sei gegrüßt was seid ihr für troller wir sind keine troller hört ihr das was denn ich habe noch diamanten einstecken ich habe doch jetzt eine pdw jetzt nehmen wir unsere wege und machen ganz normal diamanten dann lass es nur mit einem fahrzeug mit deinem fahrzeug fahren kommen mit dem größten am besten mit einem kleinen fahren los und das zahlen wir dann durch drei auf mit einem kleinen fahren wir warte ich schau nach ob der drei äh also zwei ich möchte sie darauf hinweisen das ist hdm also das wie geht das mit das überfahrenden leute leuten unter was aussehen zweitens ist versucht momentan mit versucht momentan an die kleinen kreide um zu kommen britchie und der britchie und der rick haben die kleine kreide umfälle bereit schon das versuchen andere mitglieder der gruppierung ebenfalls noch und davon abgesehen reden ziemlich schlecht über euch und wer ist das wer sind die rudel wer soll das sein die sachen mit nix aber warum warum hat er bei uns alles gesagt mit vdm keine ahnung haben wir mal überfahren also der kleine hat für uns alle platz also der kleine hat für uns alle platz also los nimm den jetzt mit los vom mit dem kleinen der hat für uns zwei passagierplätze na nimm den jetzt so also genau da müssten alle platz haben oh mein gott 150 platz die wollen eigentlich nur an der klaren kleidung ran wir haben die selber nicht immer oder bitte das ist lange durch drei ja klar schlüssel aber ach ja ich muss mal lernen wir war fertig komm gib gummi jetzt hier ja jetzt hat jeder schlüssel das glaub ich besser wie hat laut ist besser hast du waffe einstecken tom ja komm ich hab auch eine pdbz 1000 dabei gut dann räumst du die weg muss bloß gleich ab und zu wenn wir noch ein kleines auto aufmachen gut repair kitsch hab ich dabei wer hat diamanten ne gut dann kann ich jetzt wieder runter kommen ich kann nicht wenn nur ihr gekallt verdammt ich hab mich auf mich geschießen doch darfst du du bist bald wieder dabei also ja aber wenn ich jetzt wenn ich jetzt weiter entferne stehe und dann nur euch und dann nur euch kallt wenn die uns zwei kallt dann kannst du mitschießen ja klar ist ja dann scheißegal wer sieht's meine die wieser baxter wir sind keine troller hast du schon mal troller gesehen die rennen kavala rum was war das mit vdm das werde ich auch warum wieso ja die wollte wie hier die klarenkleidung an sich reißen und so ein zeug die sind so schnell wieder los wir haben sie ja selber nie als kürzfeld hat noch definitiv die lizenzen für die skype abgezogen wie geht denn das dass die wahrscheinlich erst mal in shadow drin wollen sich die lizenzen geholt haben dafür agatha tammenster ne jetzt sind sie einen anderen kleinen ja aber die haben erstmal ziemlich gut heli wieder das bestimmt der gleiche alter das sieht aus wie ein orker können nur die bullen sein ja der lande verfallen ja das ist ein bullenhelie stand an der seite dran ich hab es noch lesen können naja das ist ein bullen sein gerade so knapp das sollten wir überfallen werden so wird die cops rufen ne ja das ist gut die cops nehmen wir gleich hin gemein das ist ein kopf ne als ich gesehen hab ja ok ja vor und mal dort die erst wie es aussieht hier überholt den vor uns könnte man am jeweil nach oben das ist ja gemein die haben die straßen abgesperrt hast du es gesehen ja aha die waren überfallen mit dem dingern oder was ist ja sehr lächerlich ist ja sehr lächerlich der große hat mit von uns geradeausbremsen oder ja klar die hatten doch vor uns sperren gestellt hast du es nicht gesehen wir fahren mit 120 km h knapp in blank bergrunter mit über 140 km h fast und die da sind ja so 80 km h und oder so ist ja lächerlich Der ist gut, der war echt gut. Ja, aber die wollten uns ausbremsen und der andere hat eine Straßensperre gebaut. Ja. Wir haben jetzt mit einem großen LKW gekommen, hätten sie uns nicht rausgezogen. Ja. Naja, ich hab aber lustig überholt den einen. Du bist gerade geflogen, ja. Und bei dem anderen konnte ich einfach alles kaltig an der Seite vorbeifahren. Okay. Hier vorne ist es gut. Jo. Kennen wir ja schon, Freegamer. Genau. Weil ich aber nur nochmal gesagt habe, dass du dich bereit hast, wenn es falsch da jemand ist. Die werden nicht gleich nachher kommen und sich freuen. Na, wenn die uns wollen. Das sind bestimmt in der Mehrheit. Hoffentlich. Ich glaube, ich hab noch niemanden in der Piste gefunden. Das haben wir auch schon gemacht. Das ist der einzige, der ein Maschinengewehr dabei hat. Also, ähm, naja. Ach komm, du siehst da ein Maschinengewehr abstempeln. Das schießt auch ein bisschen ein Milliliter. Deine PDW. Aber 9 Milliliter. Ist das gut? Gut, los, der kommt. Arbeiten. Na, reicht doch. Warte, ich nehme meine Waffe auch gleich mal. Warte, ich nehme meine Waffe auch gleich mal. Uschi ist auch gefährlich. Die haben wir uns gestern überfallen. Wer? Auf Malden. Gucci. So, na, Gucci sag doch mal so. Schau. Ich und Jim wollen uns auch auf dem anderen Mal jetzt selber mal vorbeigucken. Okay. Aber aus 3 hast du auch nichts mehr los, ne? Es ist fast ein. Uschi ist auch nach Rabbids gegangen, glaube ich. Was ist der? Uschi ist vielleicht nach Rabbids gegangen. Nein, oder? Ich glaube doch. Oh. 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 Scheiße. Na toll, ey. Das ist ja auch kacke, wenn das bei der Waffe es ist. Wer weg, bitte? Was? Da oben höre ich. Mach's gut. Ah, die kommen gleich wieder. Weg gehen, bitte. Oh manchen Steinen. Irgendwann darf gucken. Sobald wir jemanden sehen, sofort ins Auto wegfahren. Ja, das bringt ja wieder nichts. Warum? Dann ist wahrscheinlich ja das Auto voll, weil es so schnell wieder voll geht. Du weißt es ja. Wie schnell der Wagen voll ist. Ne, ich auch nicht können. Und der Pipp? Du hast ja gesehen, der hat nicht viel Platz. Ich hab jetzt 20 Diamanten im Inventar und mein Inventar... Ich will euch sagen, Mutter Leute. Wir machen jetzt hier alles voll. Gehen zum Verarbeiter, verarbeiten das Zeug, ne? Dann fahren wir gleich... Dann machen wir das Auto wieder voll und wir arbeiten gleich wieder. Dann haben wir mehr am Wagen drinnen. Aber, ähm, soll ich's dann verkaufen? Das ganze Geld natürlich 3 teilen. Kannst du machen. Weil dann hab ich das ganze Geld. Und wenn's dann ich halt alles habe, ähm... Kannst du machen. Mach ich's halt mit Taschenrechner. Kannst du machen. Ist besser. Ja. Und so machen wir's so. Na ja. Ja, arbeiten zusammen, aber verkaufen tust ich dann und teils. Dann auf alle auch. Genau. Ich hab's doch eh alles selber ein. Also... Also ist der Uschi jetzt beim Rappers. Wow. Ja. Ja. Also weil ich ihn bekommen hab. So ein Eisenmann, für was damit überhaupt noch? Nischt mehr. Ja. Kai ist auch nicht mehr da, oder? Kai ist auch nicht mehr da. Ich weiß, wann war Kai. Okay. Das Auto ist voll. Mein Inventar ist voll. Okay. Bei euch. Oh nee. Danke. Boi. Du allst rein. Das Ding war ich ja vorhin schon 29 reingelegt hab. Ja. Ja. Ja, gut guck mal. Uschi hat sie ja auch immer, wenn er ein Kleck geschrieben hat, hinten in Eckenabouten Biest hinter. Und das ist von Hans-Dietrich auch mit Biest hinter, das wär mir ein bisschen Zufall gewesen. Wenn das jetzt nicht Uschi gewesen wäre. A Mel, hab's ja auch gelesen mit Biest. Noch hab's gelesen. Und der war halt mit, im Büsch heißt es halt Dietrich und der war halt bei Rebels. Na guck mal, Panda macht auch noch das Ereignisding bloß noch. Ja, Panda ist auf die Left-App gesehen. Ne, der macht allgemein das Ereignisding bloß noch. Ja. Finschmittel, schade sowas. Das ist vollkiss. Ja, dann los, komm. Der war letztens, warte ich mal, sagen wir noch kurz. Der war Left einmal da. Was ist denn? Das ist ein Spitzel. Da kommen welche. Welche Flugflussflutzen. Gegenfalls oben. Für Panda war letztens halt, ja? Wird ich wirklich bein? Ja, wir sitzen hinten. Man muss nur einmal kurz auf. Ja, aber einer sollte sich nach links und einer nach rechts setzen, genau. Und am besten auf die gleiche Höhe. Passt schon, krieg auf ne. Okay. Ich hab wieder zugemacht. Panda war letztens drauf. Wir lassen die halt alle irgendwo mal drunter. Ich fahre. So, das geht mal verarbeiten. Dann geht halt gleich wieder her und holt das nächste. Gut. Mach mal so. Dann geht mehr ins Auto dann rein. Ja. Ja. Verständlich. Die Bande haben mich dann bei mir verstanden. Noch mal wenn mehr Geld nehmen. Ja. Perfekt. Nochmal wenn mehr Kohle. Ja. Kohle, 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 Kohle. Hat jeder Diamanten-Lizenz? Ich hab's auch. Ähm. Für die Diamantenverarbeitung? Wenn nicht 35.000 Postkitzel. Ne, ich hab's. Ja, ich hab die Postkitzel. Wenn's ihn jeder hat, ist's besser. Äh, ich bin dann wahrscheinlich nach der Tür erstmal weg, weil ich mich morgen auch gehören. Das Ding ist halt, da wird der Uchi uns ja auch überfallen, wenn der bei Rapper ist. Hm. Ich mein, ich hab auch ganz echt keinen Bock zu wechseln, weil ich hab jetzt 50 Euro für den Skin ausgegeben. Hm. Und, keine Ahnung, reingeh ich hin und fahre mal ein bisschen was da weg, wenn ich mich verfügt. Ich bleibe zurück am besten. Beide zurück? Ja das nicht. Ich hab doch, das nicht, es sieht ja aus. Ja. Weil ich, ich hab zwar, aber nicht, es würde mich über andere Gelder, das heißt ja, wie die Kiste ins Gelände du hast, jetzt auch unsere Gelände, ich glaub ich auch können. Da ist das deine. Werden geschnitten. Um aufpassen, Leute, ne. Ja. Das war's, das liegt alles auf einmal auf jeden Fall. Nein. man muss halt nicht in Georgetown fangen kurz vor Georgetown ist dann halt der Verkäufer es ist halt dann ein Stück entfernt aber der Rest ist eigentlich gleich auf dem Haufen ich mag diese Stelle nicht kann es schneller fallen werden hier ich mag diese Stelle nicht die Worten rein in der Box geklaut im Insel verkauft ohne irgendwas zu schreiben Lern Prozent nur was drinnen nein jetzt nichts mehr wird auch nicht weiter genau alles ins Auto rein jetzt müsste alles rein passen die Sorte umgebung belabt werden leute ja das volk oder was ja was zu voll guter vormos weg bringt nichts ich habe 13 noch nein ich sag ja bitte in den passen zu viel rein wir können wir könnten halt auch unsere eigenen inventare vollfüllen ja das bringt ja auch jetzt keine ahnung wie viel genau nur sagt man schon weg kommt ich bin der fahrer wir hatten ja wieder ab dem und ein münter ich habe ich habe 29 stecken ja gut ich habe meine auch noch ein verlagert gut dann los ich bin nach der fuhre auch weg nach der fuhre bin ich auch weg mal frau noch in firmen gucken und bill kuscheln und noch wo muss ich will da halt mit meinen leuten rein feiern wirst du das ist der amelwurf empfohlen die mehr mehr noch nicht hier wollen wir uns ausgebremst aber schon kam dann doch nur mal gut genau was sie gemacht haben die war mir ausgebremst uns ja der eine hat sich auf dem abgestellten der eine Seite hätte sich dann bestimmt hinter uns gesetzt wir wollten die auch machen eine hinter uns, eine vor uns raus aus der Karte und vor uns was ist das eigentlich hinten auf der Lade, dass ich für das geben? sieht komisch aus, ne? das sind nicht so normale Jackbox sieht alles wie so ein Kanon oder so das ist der normale Truck ja, das ist die normale Lade das ist der normale Skin doch, ich habe ihn genau so gekauft also wir haben den vielleicht noch extra Skin da aufgebracht aber Standort müssen sich dann glaube ich nicht also, wenn du ihn ganz im Endeffekt hast das ist nicht da vorne steht glaube ich jemand mit dem Auto wo? oder? ne, doch nur, es ist nur ein Gebirge zum Glück macht keinen Mist ja, ich dachte da wäre gerade ein Auto so ein schwarzes vorbeigefahren ist die Folge haben sich 500% das habe ich 26% so viel Uhr aus ich weiß sogar ohne GPS wie die rote M von Diamanten Zeug ist na läuft doch die Karte zu schauen weil ich das schon ein paarmal gemacht habe müssen wir es mal nacken ach, und jetzt müssten wir hier gleich die Ausfahrt kriegen auf der wir raus müssen 10.000 geklaut 10.000 Dollar ja genau hier ist die Ausfahrt und da verkaufen ich das Zeug jetzt und das ist ein bisschen wir sind gut hier erstmal am besten also nur in den Tag wenn da keiner steht, ne deckt hier mich während ich verkaufe was auch ist du verkaufst ich gebe dir meinst erstmal dann pack ich ein bisschen Zeug ja weil wenn ich alles verkaufe kann ich das halt über ähm Taschenrechner ausrechnen lassen komm komm Beilung, Beilung, Kurs dann gibt mir schnell euers ja verkauf erstmal Dein zu ich leg meins ins Auto rein komm mach er ok verkaufs nächstes kannst du ins Auto reinlegen? kannst du nicht dann gibts mir warte, warte, warte ja bist du auch decken also ich hab uns jetzt alleine leer gemacht ne und hab schon 100 K 9 20 oder 19 29 Stück bitteschön 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 ja 29 stück passt auf Leute passt auf ich habe geklopft die ganze auf die Straße bei 112.500 hast du alles verkauft? äh nö noch nicht dann mach er los komm wir machen locker ne halbe Mille wir müssen das beeilen 480 K und jetzt haben wir noch zwölf Stück komm 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 schon wieder ok alles verkauft 531 K gut dann los komm 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 jetzt müssen wir weiter fahren weil hier ist leider kein ATM rein hier und weg aber ist doch gutes Geld oder gut? ja haben wir gut gemacht mit dem kleinen Fahrzeug vor allem musst du überrechnen ne? gut ich hab 29 kann ich sammeln weißt du? ja aber da haben wir auch gut Geld drauf jetzt haben wir mehr als ne halbe Mille gemacht ist doch gut machen wir das zweimal haben wir hat jeder für uns ne Mille angenehm recht aber wenn wir mal einen großen das gemacht hätten wow wow der hätte man locker mehr als ne Mille gemacht ja weil der hat ja mehr als 300 Platz der hat 500 genau das heißt wir machen jetzt so 1.200 bis 300 K noch ja also das ist echt schon gut so oft zum ATM und einspeichern oder? guck mein Geld wird oh ich bin geblüht fuck du musst nur aufteilen in der 55 kmh 279 du musst nur ausreichen wie viel er kriegt ne? ja ich hab halt gestern mein Geld verloren 2429 die Links ist links ist links ist das ist ein man kutscht irgendwo hier ist es vielleicht einer ja war einfach zu machen oder da vorne geht's von der Westbäckste raus ja hier rechts ne da müsste genau ja da ist das ist eine Bank ich zahl erstmal das Geld ein und dann verteile ich's oder? ne zähl das mal zusammen wie viel das sind ich habe das Geld 528 820 durch 3 mach die da von uns 176 273 hat sich doch gelöhnt oder? ja gut dann gib uns gerne kann man so einzahlen gleich genau 176 273 aber ich glaube ich überweise es dir sogar gleich auf dein Konto würde ich niemals zahlen aber es gibt Zinsen echt? ja ja dann will ich das nicht machen gibst uns persönlich ok kommt ja ihr kriegt sogar noch mehr ihr kriegt noch 333 fällt mir gerade auf um Thomas 1 7 6 2 7 3 3 3 3 kann ich mir geben ja du hast wahrscheinlich keine Ahnung dann werden wir wieder 4 jetzt hat jeder gleich viel Geld hat so gelohnt und und jederzeit ein Automaten ist es schlimm wenn ich einen Dollar mehr habe weil das nicht genau aufging ja ne den müssen wir auch noch drauf dreiteilen, denk dran also habe ich einen drittel Dollar genau ich leg mich in die Dauer und irgendwas was ich hab gerade gesagt, wie am Ball hat sich aber gelohnt auf jeden Fall komm das nächste Mal nochmal machen mal mit einem größeren Fahrzeug ja ich glaube ich mach jetzt noch mit das nächste Mal dann wieder sein das quasi passvolle Freude vermuten genau so Leute das war's in meinem Geburtstag Stream für euch eine wundervolle Nacht vielen Dank dass ihr so viele dabei gewesen sind und würde ich sagen bis später euer PitbullTV Dankeschön tschau tschau vielen Dank mhm so die letzte Fahrt mach schnell um nachher dein Geld dazu zu kriegen ja tschau relocation tschau 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 ja tschau